So, jetzt warten wir ganz kurz mal ein bisschen ab. Wieso knallen die da draußen, das ist verboten heute, naja, wir gucken jetzt erstmal, dass der wieder läuft, hier ist streamt zumindest, der sagt mir jetzt bis jetzt noch ganz gute Verbindung, warten jetzt mal kurz ein paar Minütchen und mal gucken, was er dann sagt, dann würde ich nämlich sagen, dass wir mit dem nächsten Spiel starten. Was haben wir denn hier, oh ja, wir haben noch ein paar schöne Dinger. Ich habe noch ein paar schöne Sachen rausgesucht, was wir auf jeden Fall machen können. Da der Ton aber die ganze Zeit da war, ist das, das ist Bildqualität, keine Ahnung, dass das so rumgesponnen hat. OBS sagt auch, alles top, alles super, alles gut. Der ist zufrieden. Ja, da warten wir, wie gesagt, wir warten jetzt erstmal ein bisschen. Und bis jetzt eigentlich noch alles tipptopp, tippitoppi. Müssen wir gleich mal gucken. Es wäre schade, also wenn es wirklich am Spiel Candle liegt, wäre es wirklich schade. Ansonsten, ja, müssen wir uns mit etwas anderem beschäftigen. Candle an sich war ein sehr schönes Spiel, was ich so jetzt gesehen habe. Ich weiß nicht, was ihr davon gehalten habt. Meine Nachbarn drehen gerade ein bisschen durch, okay, alles klar. Hoffentlich gleich nicht zu sehr. Leistung ist ja supi. Schon eine Idee, womit wir gleich als nächstes starten. Ja, da kann man mal eben kurz die Zeit nutzen, hier kurze Pinkelpause etc. Und ansonsten will ich mal eben ganz kurz sagen, Leute, ich habe, also 80% meiner Zuschauer haben kein Abo. Das ist wirklich, ah, ja, hallo Fui, Bibi. Ne, also 80% meiner Zuschauer haben kein Abo. Und da stellt sich mir die Frage, wow, warum nicht? Leute, Abo kostet euch nichts. Ihr werdet immer informiert, wann ihr neue Videos bekommt. Und ihr unterstützt damit den YouTuber. Beziehungsweise ich kann mir dann auch bessere Sachen leisten, wie zum Beispiel eine bessere Kamera. Weil die hier ist, ihr seht selbst, ne, beispielsweise, ne. Ein bisschen Support an der Stelle wäre ja ganz cool. Ich bin froh über diese, haben wir das, 58 oder 59 Abonnenten. Bin ich mega glücklich, ne, dass ich eigentlich soweit halt schon gekommen bin. Es sind halt sehr kleine Zahlen. Ich bin auch ein sehr kleiner YouTuber. Aber so für ein Jahr bin ich schon sehr zufrieden. Ne, und, äh, das liegt nur an euch, ne. Das, ähm, das ist meine Motivation, die da durchsteigt. Und, äh, weiter so, weiter so. Ich hab da richtig Bock auch, äh, für euch dann auch was zu machen. Jo, ähm, aber ich glaub, der Stream an sich läuft jetzt ganz gut. Das heißt, ich würde mit dem nächsten, äh, Spiel starten wollen. Und das wird, ja, das hier sein. Jetzt möchte ich mal gucken. Weil ich das auch hier übertragen kann. Da ist es. Ich tue mich mal wieder ein bisschen kleiner hier, ab in die Ecke. Krieg ich dich, oh. Okay, Geräusche sind schmall. Krieg ich dich irgendwie kleiner? Fullscreen? Nein? Danke. Das ist optimal so, wie ihr es gerade gemacht habt, das Spiel. So kann ich nämlich auch den Chat sehen. Supi. Und, ja, wie gesagt, ich bedanke mich auch bei euch, äh, da ihr mir, äh, da ihr mich darauf hinweist, ähm, dass, äh, hier das Stream auch ein bisschen hängt. Äh, bin ich sehr dankbar drüber. Jetzt können wir hier, äh, das noch so strecken. Und, gut ist. Controls. B, R, S, D. Okay. Das war's. Nett. So, wir spielen nämlich jetzt als nächstes Vieh. Vieh, ja, hab ich auch noch nie von gehört. Ja, ich hab's gesehen, Erik. Ich hab's gesehen. Deswegen ist schon geregelt. So, ähm, wir spielen als nächstes Vieh. Vieh, ähm, habe ich auch erst heute in, äh, in Steam entdeckt. Das ist halt, äh, recht neu. Sah recht interessant aus. Wir werden das mal gemeinsam spielen. Was es ist. Und was man da tun muss. Deswegen einfach mal ab ins neue Game. Okay. Wir steuern hier nämlich. Okay. Okay. Okay, die Steuerung muss man sich erstmal mit, äh, da muss man erstmal klarkommen. Okay. Interessant. Ja, das ist diese Vogelperspektive, ne? Und dann mit WASD. Das ist wie, äh, Micro-Maschinen. Äh, das ist doch von früher kennt. Ein bisschen, äh, Collectors. Okay, Wisps. Äh. Ach, hier kann ich bremsen. Okay. Okay, die Steuerung ist ein bisschen schwieriger, aber muss sich dran gewöhnen halt. So, zack. Wir fressen hier kleine, äh, Lichtkugeln. Und kommt zu großem. Loop around. Okay. Ah. So, jetzt habe ich den Steam auch ein bisschen besser in mir zum Auge. Zack. Zack. Ich habe jetzt ja keine Zeit mehr mit oder so, ne? Das ist ein recht entspanntes Spiel, ne? Gucken, wohin das noch führt. Das ist viel. Äh, gerade kostenlos auf Steam erhältlich das Spiel, ne? Wer Bock dazu hat? Äh? PHI wird es geschrieben. Das wollte ich auf jeden Fall mal anzocken. Einfach mal gucken, ob die Erde webt. Beziehungsweise die ganzen Räumlichkeiten hier weben. Einfach mal gucken, was es ist. Und sie sah ganz interessant aus. Tock, tock. Okay, nehmen wir. Ich hoffe jetzt, Ton- und Bildqualität ist jetzt wieder in Ordnung. Was sind das für schwarze... Achso. Das sind Wände. Natürlich. Hoffentlich kommt er noch so ein bisschen mehr, so mit Hindernissen und Gegner und sowas. Das wäre immer ganz nice. Weil wenn es nur das ist und nur einsammeln ist, ist es ein bisschen doch langweilig. Ja. So, easy. Was soll das darstellen? Ein Egel oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Können wir jetzt den fantasiefreien Lauf lassen. Ja. Steuern. Steuern. Das mit Candle, wenn ihr Bock habt, dass ich das irgendwie weiterführen soll oder so, einfach mal in Shit schreiben. Dann werde ich mal sehen, was ich da machen lässt. Dann werde ich das vielleicht mal als letztes Play oder so mal machen. Na, komm. Follow the path. Ich möchte zurück, danke. Achso, ach. Ich verstehe. Ein bisschen richtig rum daran. Eins nach dem anderen. In der Steuerung war nicht mal so easy. Ja. Vielleicht stelle ich mich auch dümmer an, als ich eigentlich muss. Aber ich will alle Wisps. So. Irgendwie fehlt mir Musik hier. Es fehlt mir einfach. Hintergrundmusik oder so. Nur dieses Rauschen ist, naja, geht so. Okay. Komplett gerade mit dem zu fahren ist gar nicht mal so. Wobble, wobble. Okay. Kann ich mich nicht irgendwie hier dran? Schön. Oh, Mann, Mann. Oh, es ist... Irgendwann kriegst du einen Krampf in den. So rum. So rum. So rum. Boah, das ist wirklich nicht so leicht, wie es aussieht. Ja, mach mal langsamer. Langsamer ist mal gut. Es geht es so gleich, was halt auch nicht. Hier fehlt wirklich Musik, Leute, Entwickler, da habt ihr was verpasst, ich habe mal eine Chance, hier hätte man wirklich so entspannte Musik reinbauen können, atmosphärische. Oh, es scheint jetzt ganz gut zu laufen, so ist es etwas. So, nice. Äh, okay, was bist du? Au, okay, wir sterben, aha. Ach, wir dürfen den roten Kreis nicht verlassen, alles klar. Ah, jetzt wird es ja anspruchsvoller, okay. Ein bisschen schneller, ein bisschen Gas hier. Ja. Von wo starten wir? Alter, okay. Okay, jetzt wird es anspruchsvoller. Ja. Ja. Okay, ein Whisperer verpuzzelt, hab ich verpuzzelt, nicht ihr, ich. Wir müssen noch ein bisschen abgrenzen hier. Ach, das müssen wir auch noch machen. Ui, 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 ui. Ja. Ah, ja, ein Sterben, ja. Ah, okay. Stream läuft jetzt perfekt, ne? Ja, ja, hab ich auch schon gesehen. Ja. Ja, hoffentlich bleibt das jetzt so. Okay, das mit den Kreisen, interessant. Interessante Mechanik. Wow, 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 okay. Aha. Aber nur unsere vordere Spitze darf den Kreis nicht berühren. Ja. So, in etwa. Gut, jetzt kommen die ersten Fails. Sehr schön. Darauf haben wir gewartet. Ja. Die Steuerhauten. Oh mein Gott. Ich geb einfach, ne. Ich komm mit der Steuerhauten noch nicht so ganz klar, wie die eigentlich sein soll. Langsamer, langsamer. Du hast Zeit, Orenchen, du hast Zeit. Bremst du ab. Okay, okay, okay. Okay. Easy. Easy Wie gesagt, mir fehlt immer noch die Musik hier So, jetzt bleibt dran kleben Jetzt kommt wieder diese, oh Gott Ja, und wir werden sterben Nein Oh Gott, okay, okay, okay Ei, 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 ei Das hätte Potenzial für so Speedruns oder so Finde ich So, zack Okay, okay, okay So, so Puh Das muss man mit allem gut schaffen Ja Und so, und so, ja, ja, ja Schön Das Spiel macht mich ja überhaupt nicht aggressiv Gar nicht M-m-m Ja, da, 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 da lachen wir M-m-m Okay Ich glaub, jetzt bin ich auf meine Enkel gestoßen hier Slalom So, wir werden einfach mal hier Langsam Ai Ich werd er Hör Ich kriege dir Ich kann mich nicht nicht Oxen Ich kann mich nicht Ich kann mich nicht aus Wie ist das? Lass dich Nein, ich war noch zu können, ich war noch zu können. Easy. Nein, 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 geh weg. Ich will, dass wir die ganze Wisps, dann machen wir die ganze Kacke hier. Ja, 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 erstmal die Wisps. Ja, jetzt werden wir sterben. Yay. Ja, ähm, Fury, das sieht leichter aus, als es ist. Wirklich. Das Spiel ist gar nicht mal so easy. Aber okay. Ne, das andere ist, die ersten Level, die waren ja auch lang, die waren echt langweilig. Ne, so ein paar Fails sind, äh, das muss sein. Muss einfach für die Quoten da sein. Ja, so ein bisschen auch wirklich am Strugglen, das sieht man immer gerne. Alter, 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 was geht hier ab? Na, ganz ins großes Kino. Ne, ich muss das mal richtig an. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin. Boah, ich bin voll konzentriert, ne. Nein, ich darf nicht reden dabei. Ich darf einfach nicht reden dabei. Wenn ich dabei doch den Chat lese, ne. Ah. Ah. Ha! Neee! Na komm schon! Boah, jetzt. Komm, volle Konzentration. Ist doch nicht so schwer. Ich bin die Ruhe selbst. Oh, in dieser Ecke. Hey, Mann. In dieser Ecke. Das kann doch nicht sein. Andere Ecke? Ja. Ja. Nein! Ach komm schon! Das wird ja auch immer enger, ne? Es wird immer enger. Ja. Mann. Aber kommt mir das nur so vor. Nein. Ragewechsel werde ich heute bestimmt nicht. Also, auf keinen Fall. Aber irgendwann werde ich so die Punkte erreicht haben, wo ich sag so. Ja, nächstes Spiel. Okay. Einmal locker. Ja. 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 Ach komm. Ja. 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 Oh, 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 oh. Oh Gott, Gott, für mich bisher die schwerste Stelle. Schwerste Stelle ist der End. Das war's. Okay, war's der Endgegner. Das war's. Okay. Stille Spiegel. Ui, ei, 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 ei. Gut. Ein Spiel, das ich nie mehr anfassen werde. Aber okay, ne? Könnte man mal machen so zwischendurch. War ja auch recht entspannt. Und... Die erste Zeit. Ohhhh... 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 Hm. Ich habe noch so ein kleines Ding vorbereitet. Und zwar, ähm... Das ist ein Spiel. Das ist ein Prolog. Können wir kostenlos spielen. Das werden wir auch gleich machen. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ähm... Und das Spiel kommt... Am 21.01.2021 raus. Ähm... Sah sehr interessant aus. So ein kleiner Dungeon Crawler. Und, äh... Und, äh... Ich würde mal sagen, da... Gucken wir jetzt mal... Rein. Bestimmtes Fenster. Ja. Ne, das Spiel soll noch nicht starten. Laut. 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 Und noch nichts. Laut. Laut. definedmer. Laut. Laut.... Laut. Okay. Okay. O-Okay. Okay. Läuft der Chat noch? Ich hoffe. Hat er für Jude noch geschrieben? Okay, ja. Es war sehr laut, ne? Aber, äh... Ich bin wach, ja. Aber, ich muss sagen, der, äh... Das Video war geil. Soll ich das noch mal starten? Soll ich das noch mal so von vorne weg? Damit wir das noch mal sehen? Und, äh... Ein bisschen leiser? Vielleicht? Sag mal, sag mal im Schritt, ob er das noch mal sehen wollte. Weil ich hab das jetzt auch nicht ganz verfolgt. Das sah schon gut aus. Ja, wir starten jetzt noch mal neu, weil ich will jetzt noch mal... Leiser, leiser, um Gottes Willen. Nichts. Gut statone, in der Gli, und kann weiß, was man mit innen Und Check es noch mal Höhen! Ich bin gespannt. Ich bin愿ig. Ich bin gespannt! Darf ich sehr wissen. Ich mag es jetzt schon. So, jetzt werden wir mal ganz kurz am Ton rumschrauben. So. Ich hoffe, jetzt ist es okay. Gut. Das Video liebe ich. Ich mag es. Sword of Nequemois spielen wir. Ist das Nequemois? Okay. Ein Hack-and-Slay-Spiel. Ein Indie-Game, das noch nicht ganz fertig ist. Wie gesagt, am 21.01.2021 wird es fertig sein. Ach, das ist Controller unterstützt. Warte mal. Super. Uh. Ich hoffe, die Knöpfe verziehen. Ich kann rennen. Okay. Ich kann daschen. Ich kann aber nicht schlagen oder so. Ah, daschen ist cool. B-Inventar öffnen. Ah, doch. Knöpfe funktionieren. Tipi-topi. Wir haben einen Gladius. Okay. Die Legende. Der Slime. Kann ich das Spiel im Fenstermodus bitte haben? Nein. Kann ich nicht haben. Kann ich nicht haben. Gut. Oder? Nee. Dann nicht. Haben wir eine Waffenliste. Okay. Gladius. Helle Bade. Okay. Gut. Ich würde sagen, treten wir mal ins Licht. Und das war es mit Sword of Necomancer. Necomancer. Äh. War das der falsche Weg? Das war der Prolog. Schön, ne? Schönes Spielchen. Können wir ja mal noch mal spielen. So. Können wir hier irgendwie interagieren oder so? Ist die tot? Würde Necomancer halt erklären. Okay. Was ist hier? Wie gesagt, ich sehe den Chat jetzt gar nicht. Na, wenn ihr was schreibt. Würde ich mal immer zwischendurch mal so gucken. Ich hoffe, das läuft nice. Okay. Ach, gedrückt halt. Okay. Du hast Feuerhelle Bade erhalten. Ah. Okay. Also. Fuh, fuh, fuh. Mag ich jetzt schon? Also. Das sah schon auf den Bildern so aus. Dachte, ich könnte witzig werden. Oh. Was kann ich hier machen? Was ist das? Kann ich mal. Okay. Ach so. Ein Heavy Attack. Aha. Du hast den langen Bogen erhalten. Alles klar. Okay. Hast du schon was getötet? Oh mein Gott. Fuh. Ja. Sterbt. Mal kurz gucken. Verschmiert. Okay. Ich würde drauf tippen. Bogen. Ist hier. Ja. Dafür habe ich zu viel Zelda gespielt. Ich habe gar keine Pfeile mehr. Ja. Komm mal her. Ja. Das nehmen wir. Ich habe gar keine. Doch. Jetzt habe ich wieder Pfeile. Komik. Fairbäuser. Die auch dashen können. Interessant. Das Amulett der Donnerresistenz erhalten. Ja. Das nehmen wir doch auch mal gerne. Da würde ich aber nichts anstellen. Oh. Easy. Schlüssel zur Ebene. Jetzt kommt Bossfighters. Alles ruhig. Das entschwert. Wir gucken uns erst mal um. Hallo. Spuckt mal. Wow. Okay. Du hast das Schwert des Nekromanden erhalten. Wow. Du kannst in der Nähe der gefallene Monster, die sie mit dem Schwert des Nekromanden wieder... Was? Können wir das? Okay. Das wäre cool. Siehe Einzelheiten. Attribute. Nix. Okay. Auswählen. Ach so. Jetzt muss man das mit einem... Ja. Die helle Bade tauschen wir mal aus. Und zurück. So. Können wir jetzt hier... Wow. Kämpft der jetzt auf unsere Seite? Ah. Wie geil. Okay. Das ist nett. Aber jetzt bist du da gefangen, ne? Ach so. Jetzt kann ich wieder einstecken. Alles klar. Hi Coco. Cool. Ich bin. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Weil ich alles verloren habe. Oh mein Gott. Okay, hier liegt sie. Kann ich dich wiederbeleben? Es klappt nicht. Was? Was ist passiert? Ich habe gerade ein Monster verabschiedet. Was ist das? Warum ist das denn mit Coco? Du braucht viel mehr Kraft dafür. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Ich bin ein Necronischer Necronischer. Wie ist denn da? Ich bin eine Necronischer Necronischer. Ich bin gekommen, um Koko zurückzunehmen. Du bist der einzige, der mir kann helfen. Bringt eine Seele zurück aus dem Tod. Du willst, um die Gäste zu retten? Define die Natur? Ja, deswegen bin ich hier. Ich werde alles für sie tun. Geh, dann entdeckst du in die Dungeon und face mich. Claim die Macht des Necromancers! Nice! Mag ich! Mag ich ungemein! War noch hier, ne? Ja. Cool! Du bist auf eine große Reise, ohne überhaupt zu wissen, wie ein Campfire zu bauen? Wer würde das in der richtige Gelegenheit machen? Das ist genau das, was ich brauchte jemanden wie du, um mich zu unterstützen. Du willst nicht einen Körper, du willst eine Nursemaid. Du solltest wissen, was über die Überzeugung hier drinstehen. Du solltest dich überhören, wie du gehst? Du solltest... Nein, nichts von dieser Art. Ist das so? Ich dachte, du wärst von Hause oder so. Du weißt, die typische, verletzte Brat-Routine. Ich will lernen. Huh? Bist du nicht eine Priester? Ich dachte, du bist alle, wie zu lesen, schreiben und machen Kalkulismus. Die ganze Menge. Ja. Ich war zu lesen, zu lesen und zu lesen. Ich bin seit vier Jahren. Die Menschen im Tempel haben mich trainiert in allen Bereichen, in allen Bereichen, wie Musik und Dance. Ich habe alle Bücher in den Archivien. Ich habe sogar sogar verantwortlich, für eine Transkribe von den Heiligen Schrift. Kein andere Frau in dieser Hölle der Welt kennt so viel wie du, Prinzessin. Was ist für dich, zu lernen? Ich wünsche, wie die Menschen wirklich leben. Also? Die Schrift der Leben? Believe mich. Du willst nicht wissen, die reale Welt. Aber ich muss! Was? Hast du sogar die schlimmste Begriffe, welchen Ort du in den Ort bist? Du... Tempel? Nicht nur ein Tempel. Es ist der Platz des High Priest des Nodam. Es ist der wichtigsten Tempel auf dem Kontinent, der Kradel der Religion. Ah, die Religion des Nodam. Sie glauben immer noch in das? Sie haben uns hier, um zu leben, zu leben, in ihren Heiligen Land, frei von irgendwelchen Problemen. Der Vater ist der High Priest, und er wird nicht immer noch leben. Wenn er nicht mehr hier ist, dann werde ich seinen Platz nehmen. Das ist das, was ich für die ganze Zeit geplant habe. Und was hat das mit dem, zu nehmen, zu gehen auf der Wild Side? Der High Priest ist die Licht, die die Nodam-Faith-Felgen. Viele kommen zum Tempel in der Suche Hilfe. Ich habe mich unterstützt dem Vater in seinen Aufgaben. Und was glaube ich, dass ich gesehen habe? Mein Vater nicht helfen hat jemandem. Er hat nur auf die Bibelungen geplantiert, und hat die Worte geliefert. Worte, die momentanisch verletzten die Hörer derjenigen, in der Suche Hilfe zu verletzieren, aber keine Zeit, und keine Realität in ihre Lebenszeit. Vielleicht das gleiche könnte sein, über alle Religion. Ich habe mich nicht verletzt, Vater. Natürlich ist es seine Intention, um diese Menschen zu verletzieren, aber... er hat nicht die Kapazität, für eine einfache Grund. Er hat nicht wirklich verstehen, die Probleme, die die Gemeinschaft verletzten. Wie kann jemanden, die immer eine wunderschöne Leben leben, ihnen helfen, nur auf die Präsepte geschrieben, vor einigen Jahren? Er hat nicht wissen, wie diese Menschen wirklich leben. Und auch ich. Hmm. Das ist deshalb, ich muss auf die Pilgrimation und treffen die verschiedenen Menschen von diesem Kontinent. Hmm. Ich muss wissen, was die Hoffnung sind, wie sie leben, wie sie sterben, wie sie sterben. Ich muss es sehen, mit meinen eigenen Augen, zu erleben, zu erleben, zu erleben. Nur dann... Nur dann werde ich ihnen helfen. Nett. Der Dialog. Nett. Ja. Schön. Auch in Szene gesetzt. Bisschen zu lang. Bisschen zu lang. Aber... Ansonsten... Schön. Gut. So. Jetzt haben wir wirklich den Dungeon-Crawler hier. Wir haben keine Karte. Müssen... uns den Dungeon angucken. Alles klar. Wow. Alter. Ich kann mich nicht mehr rühren. Ah. Oh, was haben wir da? Ein Todesritter? Oh. Der Magier. Oh mein Gott. Jetzt geht los. Schleimi, mach was. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Der ist heftig. Okay. Der kommt auch nur... Aha. Okay. Wenn ich den angucke, macht der gar nichts mehr. Dann geht er nur mit seinem Schild hoch. Oh. 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 Okay. Das heißt, wir gehen erstmal hier rum. Okay. 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 Ich brauche erstmal ein bisschen Energie, ne? Liebe Freunde. Haben wir hier keine Vasen oder so? Ah, Vasen. Ja. Ich habe keine Pfeile mehr. Schieß. Schön. Ich würde das mal wieder beleben. Gut. Schuss! Sehr gut, Leben. Jetzt können wir wieder ein bisschen was machen. Okay, da ist so ein großer Ritter. Den hatten wir vorhin einmal geschadet. Wir haben wieder keine Pfeile mehr. Wo ist mein Mario? Komm, ran mir. Sehr gut, der Magier muss den von hinten angreifen. Magier, tu was. Wo ist das? Da ist mein Magier. Komm her. Ja. Müssen wir mal umdrehen, damit der ihn von hinten angreifen kann. Ja, eigentlich easy going. Du weißt wie. Ja, sowas. Jawoll. Den will ich haben. Den will ich haben. Scheiß auf das Amulett, ne? Scheiß auf das Amulett. Wir können hier so ein Ding beschwimmen. Da ist er. Ja. Ja, Mann. Okay, das Spiel ist soweit ganz nice. Kommt ihr auch mal? Oder habt ihr keiner? Ah, guck mal. Der Magier hat jetzt auch ein Sternchen da unten in der Leiste. So. Ja, easy. Wenn man weiß, wie die funktionieren. Okay, Verteidigung gesteigert. Nice. Wow. Okay, das ist Donnerschaden. Das wollte ich eigentlich nicht. So, das. Zack. Was haben wir hier? Heilung von Leiden. Oh. Wir können aber nur insgesamt vier Etions zahlen. So, das Schwertzweck-Gemanden das werden wir niemals ablegen. Never ever. Und, äh... Mh, wen brauchen wir jetzt eigentlich da nicht? Dunkeles Element. Erfragen mal zwei. Langbogen ist nützlich, ne? Wir legen den erstmal ab hier. Kann ich jetzt heilen, oder was? Was war das? Was war das? Was? Okay. Ja, toll. Heilung von Leiden am Arsch. Was haben wir hier? Samulins Tagbuch. Okay. Ja, wir können auch nicht immer dashen. Das sind halt diese blauen Punkte, die sich da regenerieren können. Woah. Oh, da. Easy. Okay, für den Typ, für den Kopflosen Ritter brauchen wir gleich erstmal wieder einen Mage. Den können wir schon mal rufen. Easy. So. Gucken wir doch mal so einen. Mag ich, mag ich solche Spiele. Und ich hoffe, wenn das fertige Spiel ist, dass es auch immer zufällig generierte Dungeons gibt. Das wäre geil. Das wäre wirklich gut. Oh, die halten noch mal ein bisschen was aus, die Spindchen hier. Schlüssel der Ebene halten. Oh, eine goldene Spinne. Okay, was kannst du? Gebauen kannst du? Und ein grüner Magier. Okay, was kannst du tun? Quatsch. Ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön. Oh, verdammt. Das war's. Okay, hier ist der Bossraum, da wollen wir noch nicht hin, wir haben hier noch einen anderen Raum, da möchte ich mich zuerst mal gucken, was ich dachte, Schätzung, nix soweit, Stream ist auch soweit in Ordnung, gut, ich bin entzückt. So, so, so. So, so, so. So, so, so. So, 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 so. So, so, so. Oh, ein roter Schleim. Das wars hier, mehr gibts hier nicht. Schade, gut, dann Bossraum. Da kriege ich bestimmt noch Mütze. Ah, das war der, den wir aus dem Video gesehen haben. Äh, okay. Gut, das war uns überunterhaltend. Wow, wow, wow. Kann man den Kackel kaputt machen? Okay, der ist doch. Herz. Das war's? Nein. Ich hoffe, das war's nicht. Nein, echt? Das war ja zu easy. Thanks for playing. Okay. Das war... Ups. Sword of Necromantza. Ähm, der Prolog. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel hat mich schon sehr begeistert. Ich mag's, gefällt mir sehr gut. Auch so der, ähm, sag mal, die Charakterentwicklung, die es wahrscheinlich dann zeigt. Ähm, die Anime-Cutscenes gefallen mir sehr gut. Und halt, wie das Spiel so gemacht ist. So als Dungeon-Crawler, so ein bisschen pixellig. Bin ich sehr, sehr großer Fan von. Ähm, ähm, am 21.01. kommt das Spiel raus und, äh, ich denke, ich werde jetzt mitlaufen. Mal gucken. Und wenn es danach zufallsgenerierte Dungeons sind, dann ist es optimal. Dann kann man auch sogar vielleicht ein paar Ones machen. Finde ich schön. Jo, und das war das Spiel. 20 vor 10 haben wir jetzt. Hm. Ist ja gar nicht mehr so lang, dass wir uns von 2020 verabschieden können. Gott sei Dank. Ja, war schlimm mit Corona, mit, äh, der Black-Matter-Bewegung und, äh, mit, okay, das einzig Gute war wirklich, dass, äh, Trump halt, ähm, nicht wiedergewählt worden ist. Ansonsten war es ja schon, das haben wir uns richtig fertig gemacht. So, schönes, schönes Spielchen. Ah, da kommen wir uns nochmal. Das Video angucken. In meiner Ruhe. Finde ich gut gemacht. Auch die Musik. Ist top. Vom Boss war ich jetzt ein bisschen enttäuschlich, würde ich sagen. Ansonsten nehme ich es nur hin. Nehme ich wirklich so hin. Gut, dann schließen wir das. Und, ich würde sagen, äh, machen wir gleich mal das nächste Spielchen an, ne? Es wird ein Spiel sein, ähm, was schon, äh, mehrmals auf YouTube lief, was, äh, lief auch, äh, 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 was schon viele YouTuber, viele große YouTuber sogar gezockt haben. Ähm, ich habe auch viele Videos davon gesehen, ich weiß, wie das Spiel funktioniert, aber ich habe selber noch nie gezockt und das werden wir jetzt mal in aller Ruhe machen. Das könnte auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, dieses Spiel. Äh, 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 äh. Bisschen Laut wieder, aber ist okay. Ja, bisschen leiser. Und zwar spielen wir 60 Seconds 60 Seconds, ja wie kann man es am ehesten beschreiben Wir haben 60 Sekunden um unsere Familie und unser Harpo-Gut in unserem Bunker zu packen Und dann beginnt erst das eigentliche Spiel Wir müssen überleben Einfach Ich mach nochmal ein bisschen leiser hier Das ist für mich ein bisschen zu laut Ja, wir müssen überleben, genau und dazu gibt es halt mehrere Enten, das weiß ich Wie diese Enten aber zu Schande kommen, keine Ahnung, dazu ist es zu lange her Deswegen spielen wir das jetzt einfach mal Es wird viel zu lesen sein, ich werde nicht alles vorlesen, ich werde es kurz überfliegen Einmal dann kurz dann erläutern, was Sache ist Und dann werden wir halt auch gemeinsam mit dem Chat vielleicht Entscheidungen treffen, die uns unser Überleben sichern Gut, wir beginnen einfach mal ein neues Spiel Das ist eine Übung, okay, das Tutorial Zu 100% von der Regierung genehmigt, okay Okay Herausforderungen Oh, das könnte man auch mal in Anspruch nehmen, ne Perfektioniere deine postapokalistischen Fähigkeiten mit Kleingeschrieben, okay Und schalte in besonderen Herausforderungen tolle Prämien frei Die meisten Errungenschaften sind deaktiviert, okay Könnte man irgendwann mal in Anspruch nehmen Überleben Erlebe ein einzigartiges Postapokalistische Überlebe mit zufälligen Vorräten Ja okay, das ist ohne diese 60 Sekunden Und das ist nur Sammeln Gut, wir machen aber hier Apokalypse Wir spielen Ted, den Familienförder Und Schwierigkeitsgrad Zahmeln Erkundungszeit, 0 Sekunden Zeit 60 Stattung leer Auch da Gesundheitliche Probleme Oh, gesundheitliche Probleme ruf 911 an Schön, zerbrechliche Ausrüstung Glas Ungebetene Gäste horden Ärger jeden Tag Was haben wir hier? Okay Okay Hier kann man 10 Sekunden 10 Sekunden erkunden Bevor es richtig losgeht Umkaufstattung ein bisschen zurück Albtentaschen Ich glaube wir spielen erstmal normal Und dann können wir mal gucken Wie sich das Wie das so läuft Gut Ich würde sagen, hier auf ins Abenteuer Gut Gasmaske Ja, wichtig ist das zwar Gestank, giftiger Nebel, kein Problem Setz einfach die Gasmaske auf Schön So Hier sehen wir ein bisschen was Da vorne ist der Bunker Okay Okay, jetzt haben wir die 60 Sekunden Gut Schrotflinte, nehmen wir mit Ups Das wollte ich jetzt nicht Hallo, jetzt ist das Spiel Was ist jetzt los hier bitte? Was hat sich denn jetzt geöffnet? Was ist denn jetzt kaputt? Monitor? Nein Nein Ich habe das Ding jetzt gestartet Unterwegs in Düsterburg aber So Das war das Problem Das kommt auch mal Samstag wieder So, fortsetzen Wir nehmen hier Lebensmittel mit Bam, bam Ab in den Bunker Ja Ja, unsere Tochter nehmen wir mit Wasser Wichtig Batsch Lebensmittel Zack, zack Zack Aber noch unsere Frau, ne? Ja, die nehmen wir auch noch mit Ähm, gut Spiel Radio, wichtig Wo ist der Sohn? Sohn Komm her Nur noch einmal Super nehmen wir auch noch mit Und tschüss So Uh Jede Menge Ruheschaft Tag 1 So, und jetzt beginnt das eigentliche Spiel Okay Wir haben ein bisschen was gesammelt, ne? Wir haben hier ein Radio Wir haben das Gewehr Wir haben ein bisschen Wasser Wir haben ein Suppe Brettspiel Das war's Oh Gott Okay Tag 1 Wir haben jetzt nur für, äh Wir haben jetzt nur eine Sekunde vor der Explosion im Bunker geschafft Okay, ich lese doch vor Wir Wir alle Das war knapp Äh, solange wir zusammen sind Können wir hier, äh Und Kommen wir unten klar Klo Dosen Suppen sollen ja, sollen ja gesund sein Super Früher war unser Bunker immer gut ausgestattet Aber irgendwie haben wir die Vorräte immer verbraucht Super Statt sie für unseren Notfall aufzusparen Einmal, äh, haben wir eine Suppen-Dinner-Party gegeben Ähm Einmal brauchen wir das Gewehr So, okay, wir haben eine Mutter Monika dazu Ähm, unsere Regale sind mit Dosen gefüllt Wir werden, äh, aus Dosen essen Die Dosen, äh, schlafen Äh, äh, äh Gut Also wichtig ist halt Dosenfutter, ne Die müssen was essen Die brauchen Wasser Ne Also essen, trinken Klar Ne Ne Wir können hier Die Vorräte Verteilen Ne Also Suppen haben wir erstmal genug Wasser ist so mäh Gerade Mh Die halten eine Zeit lang ohne Lebensmittel aus Das weiß ich, deswegen geben wir denen erstmal gar nichts Ne Wir werden zwischendurch rausgehen müssen, ne Zumindest einen rausschicken müssen Der halt neue Sachen holt für uns Ne Was sollen wir tun? Mh Trommelstreitereiten Äh Streitereien Eskalieren so schnell Und die Enge hier Macht es nicht besser Wir unterhalten uns Und plötzlich streiten wir Ja, okay Die streiten halt Gut Gucken Tag 2 Das ist das ganze Spiel, ne Ja Der Ted kriegt schon Bart Sieht bald genauso aus wie ich So Wir haben mit den Streitereien aufgehört Mit den Streiten aufgehört Super Aber für wie lange Na ja Gut Ted geht's gut Mary Ja, ist auch ganz gut drauf Dolores Ziemlich ruhig Tibi Alles wie beim Alten Schön Brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Schicken wir jemand raus Wir schicken jemand raus Ne Wir haben leider keine Gasmaske Haha Wen schicken wir raus? Wir müssen Wir brauchen Sachen Wir brauchen wirklich Sachen Wir haben nicht viel leider Ähm Wir brauchen Wasser auch Auf jeden Fall Wen schicken wir raus? Wen schicken wir raus? Das Frage ich jetzt auch den Chat Ne Ein Erwachsener muss auf jeden Fall immer da sein Das ist äh Die Regel Wir können auch die Kinder rausschicken Ne Das ist halt das Das ist die Sache Und wir sollten rausschicken Da fahr ich jetzt einfach mal Ganz doof Den Chat Weil wir keine Gasmaske haben Das ist natürlich Könnt ein Risiko sein Das ist das Wir müssen Ja Geh Ich Teh Ich Da Ich Da Ich Geh Ich Ich Chat ist relativ ruhig, schade. Ich würde ja sagen, das war erstmal einen der Kinder rausschicken. Dolores oder Timmy? Komm Timmy. Expedition für morgen einplanen, ja okay, ja okay, wir müssen erstmal eine Expedition planen. Okay, alles klar. Was war das für ein Geräusch? Ein galoppierendes Pferd? Nein. Wir eilten zur Falltür und wurden von zwei Männern gegrüßt, okay. Von zwei Männern gegrüßt, die gekleidet waren wir, kennen sie vom Alter Marx, schön. Wir identifizierten sie als Geräuschquelle, einer hielt zwei Steine und schlug sie fortwehend gegeneinander. Okay, während der andere hüpfte und so tat, als sei er ein Reiter. Sie sagten, sie seien auf die Suche irgendeinen alten Becher, hätten sich aber verlaufen und wären uns äußerst dankbar, wenn sie einen Blick auf unsere Karte werfen dürften. Wir haben leider keine Karte. Ja. Ja. Doof. Gut. Obwohl wir so hüftig wie möglich ablehnten, waren die Gäste definitiv beleidigt. Sie galoppierten davon, fuchtelten mit ihren Holzschwertern und brüllten, sie würden nun Gebüsche beschneiden. Okay. Total verrückt. Wo ist ein Wasser, wenn ihr das braucht? Okay. Mary ist ein wenig durstig. Dolores muss manchmal trinken. Gut. So langsam kriegen sie Durst. Zeit, die Vorräte zu rationieren. Wollen wir? Weil hier, wenn jeder was zu trinken nimmt, geht eine ganze Flasche drauf. Ich glaube, das lassen wir noch. Ich glaube, das lassen wir noch. Obwohl, Timmy kriegt etwas zu trinken. Ups. Weil der geht jetzt auf Expedition und der kriegt ein bisschen Suppe. So. Wird Zeit, dass wir entscheiden, wer rausgeht. Gut. Timmy. Du hast Essen bekommen, also gehst du jetzt auch raus. Würde ich jetzt ganz einfach mal sagen. Und Timmy ist weg. So. Timmy ist ins Ödland aufgebrochen. Ja, keine Ahnung, was wir tun sollen, wenn er zurückkommt. Okay. Tatschit mit einem Fuß im Grabe. Er braucht sofort was zu trinken. Okay. Mary kippt ständig um. Okay. Wir sollten alle was zu trinken geben. Zack. Jeder neue Geruch dringt uns in diesen kleinen Bunker sofort in die Nase. Wir können ihn kaum noch aus dem Weg gehen. Mhm. Als ein einzelner Ziegel sich aus der Wand gelöst hat, wurden unsere Sinne sofort von einem fürchterlichen Gestank aus der Öffnung betäubt. Okay. Wir sollten das Loch vielleicht anschauen und die Ursache des... Okay. Sollen wir die Ursache des Gestanks rausfinden, oder? Sollen wir das bleiben lassen. Ich frage jetzt nochmal den Chat. Vielleicht wird er nochmal wach. Momentan ist ja nix. Weil wir die Ursache des Gestank aus einem Band Sollen wir zu und. естно. Einmal ist schon mal. Okay, was sagt der Shit? Also, hi Vivi, willkommen zurück. Wir spielen ja gerade 60 Seconds und ja, ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. Deswegen, ich frage wie gesagt den Chat einmal, weil der ist gerade ziemlich ruhig, warum auch immer, was wir machen sollen. Ein widerlicher Gestank breitet sich im Bunker aus und ob bei der Ursache nachgehen war nicht. Ich könnte natürlich jetzt auch entscheiden, aber wäre ja langweilig, wenn nur ich was zu entscheiden hätte und daher gebe ich die Verantwortung einfach mal an euch ab. Ah, schön. Warte, immer noch eine Antwort auf dem Shit. Wir haben zwei Stunden Zeit bis Null. So. Warte, es ist auf dem YouTube. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. So. Gut, ich würde sagen, wir gehen dem Ruch nach. So, mit der Fürchtung, dass irgendwas in den Klauen... Wenn ich den Tonkarte anfangen würde, haben wir das doch geschaut. Aber nichts passiert. Gut, stattdessen haben wir eine tote Ratte gefunden. Okay, wir haben eine Suppe dazubekommen. Die Ratte hat ein anstehendes Begräbnis in einer leeren Durst bekommen. Ted ist nicht mehr durstig. Schön. Mary Jane hat keinen Durst mehr, Dolores hat keinen Durst mehr. So. Toll. Das heißt, wir können weitermachen und warten auf Timmy. So. Kaum zu glauben. Wir besitzen bereits unseren eigenen Fallout-Garten. An einer Wand wachsen Pilze. Sie sind so groß, dass man sie essen könnte. Wie wäre es mit einem Pilzgericht? Das ist gar keine gute Idee. Absolut nicht. Wir haben noch genug Suppe. Wir werden nicht hungern. Auf keinen Fall. Deswegen halte ich gar nichts von. Nein, machen wir nicht. Wir mögen Hunger haben, aber wir werden niemals essen. Tett beschwert sich heute nicht, zumindest nicht viel. Okay. Mary Jane hat heute keinen Ärger gemacht. Der Ärger hat es auch nicht gewagt, ihr über den Weg zu kreuzen. Schön. Mit Dolores soll alles in Ordnung sein. Gut, die haben noch keinen Hunger soweit. Gute Sache. Die Langeweile und die Stille sind erdrückend. Zu schade, dass wir keinen Fernseher haben. Aber vielleicht könnten wir einige unserer Vorräte nehmen und so tun, als wären sie Requisiten bei einem Filmset. Eigentlich keine gute Idee. Wir haben eh nichts. Wir haben weder eine Axt noch einen Koffer. Deswegen gehen wir einfach weiter. Oh, ihr seht nicht mehr allzu fit aus. Timmy ist noch nicht zurück. Ah, Timmy. Komm schon. Tett und Mary schienen enttäuscht. Doch, wir haben gerade Wichtiges zu tun, als Theater zu spielen. Tett sollte bald etwas trinken. Tett würde gerne etwas essen. Können wir etwas Wasser übrigen? Na, noch nicht. Mary Jane fragt ständig danach. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Wir warten noch einen Tag. Wir haben nichts hier. Nichts. In den letzten Stunden wurde der Atem hier im Bunker immer schwieriger. Wir vermuten, dass es an der Belüftung nicht fehlt. Hi. Hiho. Ja, dann Grüße zurück. Wir müssen dem nachgehen, sonst ersticken wir womöglich. Ja, wir können dem aber nicht nachgehen. Mal gucken, was sich so ergibt. Wir haben leider nicht viel mitnehmen können. So. Dolores Haare sehen auch entzückend aus. Wir haben beschlossen, das Belüftungsproblem zu ignorieren und uns auf andere Probleme zu konzentrieren. Wie erwartet, haben wir uns alle einen schlimmen Husten eingefangen. Ja. Und dazu noch Atemprobleme. Aber einen Tag später war wieder alles in Ordnung. Gut. Wir wissen nicht, was es war, aber wenigstens ist es jetzt weg. Okay. Okay, ich should've got up. Hiho. Ja. Moin, moin. Hi. Oh, Ted hat Hunger. Ted steht mit einem vor. Okay, ich glaub, wir geben denen alle was jetzt, was zu essen und was zu trinken. Zack, zack. Timmy, du musst wiederkommen. Ey, wir haben etwas. Wir können was tun. Wenn uns jemand aus der verdammten Situation retten kann, dann unsere Regierung. Wer die Regierung schlecht macht, ist entweder ein Schwarzmaler oder ein Kommi. Wir sind gute Bürger. Wir haben immer unsere Steuern gezahlt. Also wird Uncle Sam ganz sicher kommen und uns retten. Naja. Außer das eine Mal, als wir... Na, egal. Okay, jaja. Gut, wir haben ein Radio. Wir können damit hören, ob die Regierung hier live schaltet. Na, und wir was hören. Tag 9. Und Timmy ist immer noch nicht zurück. Oh mein Gott. Ich glaub, der kommt nicht mehr wieder. Wir wussten es. Die Regierung wurde nicht gestürzt. Ja. Und sie kommen zu unserer Rettung. Sie haben kein genaues Datum an ihren Radio-Übertragungen genannt. Okay. Aber wir sind sicher, sie werden nicht mehr lange auf sie warten lassen. Mhm. Gut. Äh. Ted würde gerne was essen. Ihr habt gerade was gegessen, alle Leute. Aber ihr habt keinen Durst mehr. Das ist gut. Wir hätten nicht gedacht, dass wir mal eine tanzende Kakerlake sehen würden. Hm. Das haben wir auch noch nicht. Aber wir haben schon eine gesehen, die so groß wie eine Katze war. Haha. Okay. Das Gute ist, dass sie wahrscheinlich sämtliche Ratten aus der Gegend vertrieben haben. Okay. Allerdings sind sie riesig und greifen uns garantiert an, sobald sie die Gelegenheit dazu bietet. Wir können aber nichts dagegen tun. Ah, das ist eklig. Was haben wir hier? Warten wir auf weiter. Achso, okay. Wir können nichts gegen die Kakerlaken tun. Tag 10. Oh, da haben wir so eine schöne Kakerlake. Schön grün. Ach du, die ist ja riesig. Und da ist noch eine. Überall Kakerlaken. Wir sind verloren. Wir fühlen uns schon ganz schmutzig. Äh. Gut. Noch nichts. Aufmachen im Namen der Freiheit rief es von über, okay. Von über der Falltür. Äh. Wir mussten nicht mehr. Wir konnten hören. Wir konnten wahrscheinlich bewaffnete Leute. Wann okay? Jeder wäre. Okay. Sind ein paar Leute. Die sind möglicherweise bewaffnet. Und die sagen, dass wir die Tür aufmachen sollen. Sollen wir die Tür aufmachen? Oder nicht? Also wir wissen es nicht. Wir können die ja nicht sehen. Also. Aufmachen im Namen der Freiheit. Aufmachen? Ja, nein. Oder vielleicht. Nee, vielleicht gibt's nicht. Was sagt ihr? Nee, ich seh schon. Nee. Nee, ja. Okay. 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 Ja, das große Problem ist, uns geht langsam das Wasser aus. Tibi wird wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen. Und, ähm. Wir haben nix. Wir haben gar nix an Sachen. Nichts machen, ne? Hm. Das ist FinalSS. Niekaka-Lacken die auf. Ja, äh. Da könntest du recht haben. Hihihi. Ne, das ist, äh. Gut möglich. Also aufmachen. Das ist ein gutes Argument eigentlich, ne? Hm. Weil wir haben nix. Wir können, wir brauchen was. Komm. Wir machen auf. Komm. Komm. No waste, no fun. Tag 11. Okay, alles gut. Timmy ist wieder da. Huuu. So, als wir einen Blick nach draußen werfen, wurden wir von einer Gruppe Highschool-Statter begrüßt. Sie waren gut ausgerüstet und sahen so aus, ob sie auf sich aufpassen könnten. Sie fragten uns über feindliche Kämpfe in der Gegend aus. Wir konnten ihnen keine Informationen geben, aber sie ließen uns eine ihrer Äxte dar. Siehste mal. Falls wir uns verteidigen müssten. Als wir fragten, warum sie uns helfen, antworten sie, dass sie dass es so sei, was Wolverine zu machen. Okay. Wir hatten solche Angst um Timmy, aber er ist aus dem Ödlein zurück und unsicher bei uns. Gut, er hat eine Dose Tomatensuppe gebracht, aber naja. Er sieht auch nicht allzu fit aus. Der kriegt jetzt erst mal was zu essen. Oh, und der hat zwei Trinken mitgebracht. Timmy, super Arbeit. Oh, wir sind stolz auf dich. Da können wir jetzt mal schlemmen. Tittert Hunger. Ohne Wasser überlebt. Ja gut, die kriegen jetzt alle was. Timmy fühlt sich nicht besonders gut. Timmy ist ja müde. Wir haben leider keinen Erste-Hilfe-Kit. Schade. Aber die kriegen jetzt alle was. Und starten die nächste Expedition. Ah, mal gucken. Zeit, dem Radio zu lauschen. Vielleicht erfahren wir noch was. Okay, Radio. Tag 12. Als wir uns durch das Rauschen gekämpft hatten, stießen wir auf eine Übertragung von einem Spinner, der über Verschwörungen und Maßmensch farselte. Okay. Das war ziemlich amüsant. Wenn wir nichts gegen die Krankheit von Timmy tun, könnte sich verschlimmern. Okay. Timmy konnte sich noch nicht ausruhen. Warum nicht? Gut, kein Hunger mehr. Timmy sollte noch etwas essen. Weiß ich nicht. Kein Hunger mehr, kein Durst mehr. Gut. Timmy kriegt noch was zu essen. Timmy kriegt noch was zu essen. Gut, Expedition. Wen schicken wir raus? Timmy können wir nicht. Timmy ist nicht mehr ein zu fit gerade. Ted, Dolores oder Mary Jane. Wen schicken wir raus? Wir müssen niemand schicken. Wir haben echt nichts hier. Können wir noch mal ein Stück, ne? Können wir noch mal ein Stück, ne? Wir gucken hier streamen an, wie der so läuft. Scheint aber ganz gut zu. Ja. Bin zufrieden. So. Der Alde ist doch in Top Form. Ja. Also Ted rausschicken, sagt er. Aber weiter. Musik Sehr gut. Ja, wie gesagt, ein Erwachsener muss auf jeden Fall da sein. Das wäre dann Dolores noch. Schicken wir Ted raus, ne? Ja. Gut. Er wird schaffen. Er wird irgendwas mitbringen. Irgendwas. So, alle noch am Leben? Ted hat sich zur Oberfläche aufgemacht. Wir hoffen, dass er bald zurück ist. Timmy ist sehr hungrig. Alter, der kriegt die ganze Zeit was zu essen. Timmy konnte sich nicht ausruhen. Ja, wir haben keinen Erste-Hilfe-Kasten. Mary Jane sagt, dass es alles gut sein kann. Sie braucht nichts. Okay, Mary Jane. Dolores hat gute Laune, wenn der Mann jetzt weg ist. Ah, wollen wir Timmy wieder zu essen geben? Ich weiß nicht, der hat halt sehr großen Hunger. Einmal geben wir ihm noch. Und dann ist er gut. Langsam. Ihr Wahnsinnigen. Ihr habt es in die Luft gejagt. Ach, Vater zur Hölle. Okay, halt nix tolles. Da hat ein Nieser gehört. Unsere heutigen Taten formen unsere Zukunft. Also gehen wir jetzt richtig an. Wenn wir nix gegen die Krankheit von Taten tun, wird es sich verstümmern. Timmy konnte sich immer noch nicht ausruhen. Timmy hat keinen Hunger mehr. Ach was. Timmy bevorzugt Apfelsaft. Aber etwas Wasser wäre auch nicht schlecht. Ist doch Wasser übrig. Wasser überlebt der Dolores nicht lange. Ich würde sagen, wir warten noch einmal mit Wasser. Und die trinken am nächsten Tag. Wir müssen mit Wasser sparen. Wir wissen nicht, was draußen passiert. Wir sollten mehr herausfinden. Okay. Radio an. Einen Tag ohne Wasser kriegt er noch hin. Oh, Timmy ist wieder fit. Geil. Ja, der mischliche Körper, der kann auch alleine. So, wir konnten ein schwaches Signal empfangen und die Notfalldurchsagen der Regierung abhören. Sehr gut. Es gibt großartige Neuigkeiten. Sehr schön. Die Strahlung draußen ist fast völlig verschwunden. Es sollte jetzt viel sicherer sein, die Oberfläche zu betreten. Ja, Tett, ne? Hast du dir gute Neuigkeiten? Ist ziemlich hungrig. Die kippt ständig um. Wir müssen ja... Gut, die kriegen jetzt alle was zu trinken. Timmy ist wieder gesund. Super. Timmy geht es furchtbar. Er braucht Wasser sofort. Ja, ihr kriegt alle ins Wasser. So. Die Kakerlaken gehen mit jeden Tag geordneter vor. Zuerst waren es nur ein oder zwei, aber jetzt marschiert eine kleine Gruppe durch unser Bunker. Wir müssen uns die Situation annehmen, bevor ihre Zivilisation noch wie unsere übertrumpft. Schön. Ich stelle mir gerade so vor, wie so ein kleines Gruppchen so im Marsch. Im Gleichschritt, glaube ich, im Bunker stolziert. So, wir nehmen das Gewehr dafür, um die Kakerlaken zu erledigen. Ein Wäger. Der Sieg ist unser. Wir haben die Kakerlaken nie angestreckt. Was für ein glückreicher Tag. Menschen sind wir ja die dominante Spezies. Könnte Nahrung vertragen. Okay. Damit kommt ihr noch klar. Ihr kommt noch klar. Ihr kriegt noch nichts. Wir hatten gedacht, Telefongespräche würden der Vergangenheit angehören, nachdem unser Städtchen von der Atomersaison ausgeschworen hat. Aber eine Telefonzelle unserer Straße hat den Einschlag wohl überstanden. Und jetzt klingelt sie. Wir sollten jemanden rausstecken, um ranzugehen. Ja. Die Frage ist, Wen schicken wir raus? Dolores schicke ich nicht raus, weil wenn da jetzt irgendwas passiert, haben wir keinen Erwachsenen mehr im Bunker, haben wir automatisch verloren. Timmy war schon. Ich würde sagen, Mary Jane. Ich gucke da nochmal in den Chat. Was haben wir hier? Wobei da die Gefahr besteht, Mary Jane, sie sich irgendwie verquassert, so als Mädel oder so. Nein, nein. Das ist natürlich, nein, das ist natürlich ein Vorurteil. Also, auf jeden Fall schicken wir raus. Jeder muss sich nützig machen. Hm. Würde ich sagen, Mary Jane, ne? Kinder an die Macht. Ja, gut. Schick mal Mary Jane raus. Kann hier ein bisschen Telefonanieren. Ne, 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 ne. Ein Erwachsener muss da bleiben. Pfiwi. Sonst haben wir automatisch verloren. So. Ähm. Als wir abgehoben, äh, wir, als wir abgehoben, ne, als wir abhoben, so. Als wir abhoben, konnten wir, äh, den Anrufer vor erleichtert aufhaben. in der Hand, hm. Schließlich ist noch lebend, äh, das Nahen, äh, Ja, was zu tauschen, dass wir für gelungen worden sind. Hoffnig melden sie sich wieder. Okay. Ziemlich hungrig. Möchte gern was essen. Sollte was essen. Äh, wir warten noch einen Tag. Durstig sind die ja nicht. Haben wir hier was? Nimm Kontakt mit einem Lackenbruch. Okay. Okay, was haben wir jetzt? Nach den vielen Tagen hier unten sind wir nicht, äh, unbedingt sauber. Wir stinken. Sehr. Bis es uns aufgefallen ist, hat es nicht, hat es uns nicht gestört. Aber jetzt macht es uns krank. Äh, vielleicht sollten wir eine Dusche nehmen. Wir haben keine Seife, aber es gibt vielleicht andere Möglichkeiten. Ähm, wir haben nix. Wir haben leider nix. die können keine Gasmaske draufsetzen. Die können sich nicht mit Schwarzpulver reinigen und, äh, Insektenzweig haben wir auch nicht. Mh, schade. Gucken. Ted dürfte langsam mal wiederkommen. Oh. Die sehen nicht mehr allzu gesund aus. Er ist so doll aus, hat so ganz leicht grünlichen Touch. Nimm. Uff. Ja. Die Welt ist untergegangen. Wen interessiert schon Duschen? Ja. Wir gewöhnen uns, äh, daran. Es sollte nicht schwer sein, sich anzupassen. Es wird wie ein Campingausflug, ja. Es wird, oh Mann, der Gestank, ja. Mary Jane könnte, äh, etwas Nahrung vertragen. Hier, muss aber uns etwas trinken. Auch in ÖJane. ÖJane hat etwas Fieses eingefangen, ja. Dolores krank geworden, mhm. Timi sollt ihr alles essen. Timi rät die ganze Zeit von Wasser, er sollte etwas trinken. Alle krank. Komm, wir geben dir alle was zu essen und alle was zu trinken. Essen haben wir eh genug. Aber trinken wird langsam echt eng. Wir haben wieder vom Militär gehört. Aha. Sie werden kurz das Gebiet durchkämmen und wollen, dass alle Überlebenden an der nächsten Bustelstelle ein Zeichen hinterlassen, um anzuzeigen, dass sie noch hier sind. Ja. Als Zeichen sollten wir Spielkarten verwenden. Hahaha. Das war's dann wohl mit unserer Pokerone. Mhm. Alles klar, Fury. Dann bis später. Ja, wir haben leider kein Kartenspiel. Schade. Alles klar. Ted ist wieder da. Ted. Alter Houding. Was hast du uns denn alles mitgebracht? Ich sehe hier schon ein Schloss. Ich habe schon Munition gesehen. Verdammt. Die haben unsere Chance verpasst und konnten im Militär nicht mitteilen. Ja, schade, schade. Ted ist wohlbehalten von seiner Reise. Oberfläche so eingekehrt. Zwei Wasser. Bombe. Zweimal Nahrung. Ein Schloss. Und Munition, Alter. Ted. Ted ist, äh... Ted ist nicht aufzuhalten. Den haben wir. Der kriegt auch gleich jetzt Wasser und, äh... trinken. Okay, wenn's Mary Jane nicht bald besser geht, sollte man mit dem schlimmsten rechnen. Okay. Kein Durst mehr. Ist schon mal gut. Ihr habt gerade alle das Watt gegessen. Kein Durst mehr. Kein Durst mehr. Kein Hunger mehr. Aha. Ted würde sehr gerne etwas essen. Ja, kriegt er jetzt auch. Ah, Ted hat keinen Durst. Unglaublich. Dann kriegt Ted jetzt erstmal Essen. Patsch. So, und wir bereiten die nächste Expedition vor. Ja, dumme, ist der. Sie sind drei Stück krank. Und Ted kann nicht raus. Ja, komm. Wir müssen das trotzdem riskieren. Als wir heute morgen die Falltür des Bunkers öffneten, um etwas frische, radioaktive Luft hineinzulassen, stand draußen ein kleiner Koffer. Es war keine Notiz daran und die Nachbarschaft schien Menschen leer. Sollen wir ihn öffnen? Sollen wir den herrenlosen Koffer öffnen, der in unserem Bunker abgestellt worden ist? Ich gucke auf dich, Schett. Natürlich öffnen. Okay. Ja, haben wir eine andere Wahl? Nee, ne? Wir müssen. Wir müssen. Wir müssen. Wir müssen. Wir müssen öffnen. Komm. Ein Geschenk. Errung schafft. Was haben wir denn? Oh, ich sehe da ein Büchlein. Oh, ihr seht echt nicht fit aus, ne? Wir hatten auf einen schönen Blumenstrauß oder vielleicht eine Schachtel ausgezeichneter belgischer Pralinen gehofft, ja. Gut, wir haben ein Buch. Ted hat hungern. Ted ist noch müde. Er braucht ein paar Tage Ruhe, ja. Und der Wasser überlebt Ted nicht. Okay, jetzt brauchen wir doch Wasser. Dann muss er eine Weile nichts gegessen. Gut, pass auf. Ted kriegt Wasser. Und alle kriegen wir zu essen, komm. War doch so richtig jetzt, ne? Ja, war so richtig. Gut, wen schicken wir raus? sind alle drei krank. Dolores war noch nicht draußen, deswegen würde ich sagen, Dolores wie ein Wurf, finde was Schönes für uns. Und dann sitzt Ted mit seinen Kindern alleine. Okay, ne? Dolores wege nach oben. Hoffen war, dass die Wohlbehalten zurückkehrt. Gut. Hmm. Ted ist noch müde. Hmm. Jeder muss sagen. Timmy braucht zusätzliche Decke erzittert unentwegt. Wie wäre es mit Wasser für Timmy? Nee, er sieht nicht besonders gut aus. Wo hattest gerade Wasser? Komm her. Eine Gruppe von Leuten in grünen Pyjamas, die an unserer Luke klopft, hatten wir nicht erwartet. Aber genau das passiert. Noch nur fröhlichen Gefährten Reichen nehmen und den Armen geben. Okay, die Leute wollen von den Reichen nehmen und den Armen geben. Sollen wir aufmachen? Fragezeichen. Die könnten uns was da lassen. sicherlich. Die könnten uns aber auch bestehlen. Und ähm ah eklig. Was sollen wir machen? Die Strumpfhosen. Ich denke da eher so an Tingle von The Legend of Zelda. Mit den grünen Pyjamas halt. Shit will nicht antworten drauf. Nee, wir machen nicht auf. Was wird zu Whisk? Dass die uns irgendwas klauen. So, wir haben nicht auf diesen merkwürdigen Ruf reagiert und die Falltür verschlossen gehalten bis die Geräusche draußen wieder verschwanden. Wir sind nicht sicher, ob wir wollen, dass die Leute wiederkommen. Sie kranken recht harmlos, aber die ist immer noch müde. Ted hat keinen Hunger mehr. Mary Jones ist heute in keinem Zustand. Es hat keinen Hunger mehr, keinen Durst mehr. Tim brauchen zu sicher. Okay, er hat keinen Durst mehr. Okay. Oho! Da will jemand Wasser. Wie viel Wasser haben wir noch? Aber wir würden Sachen bekommen. Ach nee, wir müssen eine Sache abgeben. Heute kam ein Fremder mit einem rostigen Schubkarre gefüllt mit Anlei Plunder vorbei. Er behauptet, er sei Händler und wollte gegen den Bild. Okay, er bietet uns zwei Flaschen Wasser für das Büchlein ab, was wir bekommen haben und ja, das geben wir ab, damit wir Wasser bekommen. Auf jeden Fall, wir brauchen das Wasser. So, nach dem Tausch packte der Mann seine Sachen in Schubkarre und reist weiter. Vorher mummelte er noch etwas über Räuberaktivitäten in der Nähe und das Gebiet sehr gefährlich sei. Wo ist Wasser im Test braucht? Haben wir keine Medikamente, die wir Mary Jane geben könnten? Nein. Wenn wir nichts gegen die Krankheit von Timmy tun, würde es sich verschlimmern. So, da wir das Wasser jetzt bekommen haben, kriegt er jetzt auch alle Wasser. Den richtigen Zeitpunkt, um durchs radioaktiv verstrahlte Ödeln zu wandern, gibt es eigentlich nicht, aber in dieser netten Welt ist doch kommen zwei Schritte vor der Tür knurrt. Alles klar. die wollten rausgehen, um was nachzugucken und da ist halt ein Tier, was knurrt. Wenige Sekunden um zu handeln. Wir haben das Gewehr, ne? Wir haben das Gewehr, das nutzen wir. Nicht, dass uns hier irgendwas anfällt. Putsch. Entschluss mit dem Gewehr reichte schon. Wir haben es vertrieben oder erlegt. Hat sich nie wieder blicken lassen. Okay, ist immer noch hundemüde und braucht mehr Zeit, um sich auszuruhen. Okay. Nicht mehr durstig. Kränkelt immer noch. Nein, nichts geklärt. Okay. Hier unten sind wir wo die anderen Probleme. Können wir uns richtig schlafen. Dafür muss das schon wirklich eine Lösung gefunden werden. Sonst werden wir am Ende noch von einem echten Gefahr ... Was ist hier vom Marsmensch? Okay, die wollen sich ablenken, wir haben aber nichts. Schade. Dolores, guck mal wieder. Gibt Sachen. Oh, ich hab die Tür gehört. Dolores, ihr da, was hat sie mitgebracht? Ich seh nix. Ich seh keine neuen Sachen. Dolores. Dolores. Ich versuche zu ignorieren. Ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. Ohne Erfolg. Ja. Gut. Was? Dolores hat nichts mitgebracht. Wir sind froh, dass Dolores wohlbehalten aus der Ödler zurückgekehrt ist. Zusätzliche Vorräte werden eine große Hilfe, aber bei dieser Expedition keine gefunden. Vielleicht wurden wir Toll. Toll. Dolores ganz großes Kino. Wirklich. Ted kann nicht rausessen, war nur müde. Gut. Dolores geht auf jeden Fall was zu essen. Wir können nicht bloß was zu essen. Äh. Dolores ist sehr müde. Die braucht zusätzliche Decke. Timi können wir auf keinen Fall rausschicken. Alter. Timi ist sehr müde. Dolores gibt erst noch beides. Was war noch? Ted hat Hunger. Ziemlich hungrig. Und alle kriegen was zu essen. Keiner kann raus. Keiner. Oh nein. was ist hier. Ein heruntergekommen wirkender Händler besuchte uns und hätte machen. ich habe noch ein einfach einmaliges Angebot für eine Dosensuppe würden wir den Sack mit dem Inhalt bekommen. Okay ein Lotterigen Sack fällt dabei und wir würden Inhalt bekommen wenn wir eine Dosensuppe geben. Wir haben eine Dosensuppe ne. Wer weiß was er hat. Machen aus dem Sack was kriegen wir aus dem Sack Ich habe meine Mädchen Katsche bekommen Ui Nachdem sich die Fall für den Händler wieder schloss begann sich der Sack will zu schütteln und gab schreckliche Laute von sich empfangen sich jetzt so eine missgestimmte Hauskatze ja der Kater blickte uns bedrohlich an und setzt sich in eine Ecke um sich zu putzen und sein Hans Band steht Sherry Koff okay ist das sein Name Ted ist immer noch nicht fit nicht mehr hungrig okay Ted hat großen Durst Baby Jane ist unerstellig wenn sie nicht genug ins Schlaf bekommt okay Jane hat keinen Hunger Essen brauchen gerade Wasser okay Ted brauchte was auch Wasser hat zu nix gegessen gesunde zuschne hat sich nicht verbessert aber es beschwert sich darüber dass sie hier einfach her weiter zu Timmy braucht einen zusätzlichen Deckel. Ja, okay, das hatten wir schon. Timmy muss sich noch etwas ausruhen. Okay, alle kriegen Wasser bis auf... Ach komm, alle kriegen Wasser. Ja, wir können nicht. Wir können nicht. Keiner ist fit. So. Wir haben vor der Falltür unseres Bunkers eine anonyme Notiz gefunden. Der Verfasser bittet uns, heute Abend einen Vertreter zu unserem Treffen an einem bestimmten Ort zu schicken. Diese Person muss unbewaffnet sein. Das beunruhigte etwas, aber der Verfasser versichert, dass er oder sie ein Freund sei und es nichts tun wolle. Wollen wir jemanden rausschicken, um herauszufinden, wer dahinter steckt? Ja, das wollen wir tun. Und Ted ist am fittesten. Der sollte es machen. Ja, denke ich. Und der Kater. Alter. Es ist alles wahr. Es gibt wirklich noch andere, die wie uns. Wir kamen am Treffpunkt an und wurden pünktlich von einer freundlich wirkenden Gruppe Überlebender begrüßt. Sie werden von Zwillingen, Bruder und Schwester angeführt. Okay. Die sehr nett zu sein scheinen. Sie haben uns einige Fragen gestellt und wollen denen in Kontakt bleiben. Okay. Ted ist noch nicht wieder ganz bei Kräften. Ted hat keinen Lust mehr. Ted ist zermürt. Wenn Jen kriegt es immer noch. Wenn Jen möchte nur noch schlafen. Die Kraftreserven sind erschöpft. Ja, und pennen doch. Keinen Durst mehr. Okay. Dolores würde hier etwas essen. Die kriegen jetzt alle nix. Wir können aber noch einen rausschicken. Immer noch nicht. Warte mal hier. Nur Kontakt zum... Okay. Nach der letzten Expedition wissen wir, dass in unserer Straße ein Fahrzeug steht. Aha. Es sieht ziemlich einzigartig aus. Aber wir können... Aber noch können wir es nicht... Von da betrachten. Wir sind fast sicher, dass keine Räuber dahinter stecken. Vielleicht sollten wir jemanden schicken, der die Sache genauer anschaut. Ja, Ted. Hast du da Bock? Alles klar. Der Kader fühlt sich wohl. Wie schockierend. Das handelt sich um ein Verrosterpanzer. Okay. Er ist ein bisschen angekokelt. Aber die Sitze sind immer noch relativ gemütlich. Wie schön es doch wäre, einfach wegzufahren. Ja, okay. Wir haben nichts bekommen. Schade. Ted ist immer noch hundemüde, Alter. Mirjain hat sich ausgeruht. Ach was. Dolores würde wirklich etwas essen. Dolores beschwert sich rüber, dass hier einfach kein Auge zu bekommt. Warum? Mach doch einfach die Augen zu. Timmy konnte sich noch nicht ausruhen. Okay. Okay. Wir haben nix hier, ne? Was ist das? Ach so. Äh. Ein Panzer. Hm. Eine neue Übertragung vom Militär. Sie sagten, sie müssen, äh, unsere ungefähre Position bestimmen und dass wir eine nähere Markierung hinterlassen sollen. Ja, wir haben immer noch keine Karten. Schade. Schade für Militär. Schade für uns. Ted ist jetzt auch krank. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es... Ich glaube... Ei, ei, ei. Verdammt, wir haben unsere Chance verpasst. Ted stellt Allergie gegen unseren Haarigast zu entwickeln. Oh nein. Er schnieft und keucht. Oh nein. Ted will sich nur ein paar Tropfen Wasser. Ja, der kriegt auch gleich was zu trinken. Ted ist krank geworden. Wir haben keine Medikamente, die wir ihm geben können. Ja, Wasser. Ja, Dolores, weil wir nichts zu ergessen. Okay, wir können... Okay. Es muss noch etwas Wasser übrig sein. Ja, Wasser kriege ich auch. Dolores hat sich ausgeruht. Timi sieht sehr blass aus. Sollte dringend was trinken. Gut, alle kriegen sehr Wasser. Wasser ging jetzt schon wieder zu neigen. Wir können eine Expedition vorbereiten. Da draußen ist eine bewaffnete und gefährliche Frau. Oh, zum Glück hat sie keine Mission mehr. Sie behauptet, sie jage wilde Bestien des Glanz und verfolge der Zeit eine gigantisch mutierte Spinne. Sie hat wahrscheinlich eine Schraube locker. Was will sie dann mit der Spinne anfangen? Tja, nein, ich brauche sie später zu revanchieren, wenn wir ihr helfen. Helfen wir dieser verrückten alten Frau und geben ihr Munition. Tag 29. Ah. Das ist jetzt schon fast einen Monat hier drin. Im Bunker. Geben wir Munition? Ja, nein. Nein. Naと思います. Nein. Nein. Die Musik. Ich bin's. Nein. Also, mach mal. Ich würd' sagen, wir geben, wir geben auf. Wir haben zugestimmt, vor allem, weil wir neugierig sind, was sie mit der Spinne anfangen will. Wenn sie sie gefangen hat. Ich will es nicht verraten, vielleicht finden wir es eines Tages aus. Okay. Töter hat sich noch nicht erholt. Er hat Hunger. Ziemlich hungrig. Auch Hunger. Ja, die kriegen jetzt auch noch ins Essen kommen. Was soll der Geiz? Wen schicken wir raus? Dolores hat ziemlich versagt. Wir schicken Mary Jane raus. Was soll mitgenommen werden? Dann kriegt aber Mary Jane auch noch was hier Wasser. Und sie kann die Axt mitnehmen. Mal gucken. Gut. Mary Jane. Viel Spaß. So, hoffen wir, dass er jetzt schnell zurückkommt. Zeit, kein Hunger mehr. Okay. Du warst immer noch ziemlich krank. Hat eine Weile nichts mehr gegessen. Ihr habt alle was gegessen, Leute. Timmy hat sich ausgeruht. Ach was. Scherikow, äh, also der Kater, äh, kommt ganz, äh, kommt gut allein zurecht. Aber wir fragen uns, ob er wirklich, äh, auf sich allein gestellt war. Aha. An seinen Halspunkt haben wir eine Plakette mit einer Adresse drauf gefunden. Es ist nicht wahrscheinlich, dass sein Besitzer noch am Leben ist. Und eine Reise ins Öland ist gefährlich. Vielleicht sollten wir zu der Adresse gehen und uns dort mal umsehen. Ja, nein, vielleicht eventuell. Und dann ist es aufgedacht, dass das jetzt in der Insel werden möchte. Aber wir möchten mal über diesen Schuh zeigen. Wirklich, ist ja wie möglich. Wirklich, wirklich, und wirklich,? Wirklich, wirklich, wie möglich? Gut, Shad schläft, da muss ich selbst selbst beantworten. Komm, wir gehen raus, wir gucken mal nach. So, wir packten uns unseren neuen plüschigen Freund, um einen Spaziergang durchzumachen. Und sofort trafen wir auf ein paar Herren mit dem Mantel, Filz und so. Sie knirschten mit den Zähnen, als sie den Kater sahen und sagten, dass sie ihn schon gesucht hätten. Er gehöre ihrer Großmutter, die ihn schon vermisse. Eher wir etwas sagen konnten, schnappten sich... ...danken uns und gingen davon. Der Kater schien es nicht zu stören. Kater ist weg. Ohne Wasser überlebt er nicht. Okay. Okay, auch zu trinken. Zu trinken. Gut, wir kriegen alle was zu trinken. Es wird eng mit Wasser. Als wir unseren Eimer vor dem Bunker ab auswerten, entdeckten wir eine hastig gezeichnete Karte von einer der zerstörten Mauern. Irgendjemand hatte eine Route eingezeichnet und den Endpunkt markiert. Vielleicht sind wir... Ja, gucken wir mal nach. Timmy. Viel Spaß. Wir haben eine Karte. Zurück haben wir die Karte entdeckt. Der Endpunkt hat einen kleinen Versteck markiert, wo wir ein paar nützige Vorräte fanden. Ja, aber nur eine Karte. Die Karte führte uns zu einer Karte. Tad hustet. Tad ist immer noch hundemüder. Tad hat keinen Durst mehr. Tad hat erstmal nichts zu essen. Tad hat erstmal keinen Durst mehr. Tad hat keinen Durst mehr. Wir saßen mit dem letzten Bissen des Abendessens, äh, wir saßen an den letzten Bissen des Abendessens, ähm, wenn man sich das so nennen kann, als wenn jemand die Tür klopfen hörte. Schien ein Händler zu sein, der sich für Munition interessiert. Wie wär's? Äh, Munition haben wir nicht, aber, äh, Dame spielen? Möchtest du das auch? Okay. Wir haben ihm ein Damesspiel statt der Munition angeboten. Der Besucher war sehr verwirrt und versuchte uns zu erklären, was Munition ist. Wir taten so, als verstünden wir nicht, äh, das war wirklich amüsant, bis er dann mit dem Damesspiel aufbrach. Ach, Arschloch. Ha. Okay. Haben wir einfach ein Damesspiel verloren, oder? Irgendwas zurückkommen. Schade, 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 schade. Würde sehr gerne das essen. Okay, was. Wenn sie heute nix ist, wird sie den nächsten Morgen nicht erleben, okay. Timmy ist ja blass, das ist nicht gut. Gut, dann essen die beiden Erwachsenen jetzt was. Jo. Was ist das für ein Geruch? Oh nein. Äh, äh. Unter uns? Ist nur logisch nachzusehen. Wie wäre es mit einem Blick in eine Luke? Können wir nicht. Hab ich hier ne Katze gehört? 35? Oh nein! Er ist wieder da. An Duklen in den Tunnel zu steigen ist keine gute Idee. Besonders nicht, wenn von dort Geräusche kommen. Die sind angstanschlossen sogar hier. Äh, äh. Zu unserer Überraschung fangen wir Sherry Koff heute morgen wieder. In unserem Bunker. Wir wissen nicht, äh, wie er zurückgekehrt ist. Oder warum? Hat er uns vermisst? Unsere Nettigkeit? Unserem Optimismus? Hm. Oder will er noch unsere durch? Weil er wird das von Schuss. Superbomb. Gut. Ähm. Kein Hunger mehr. Wasser. Okay. Ähm. Wo ist das? Wo ist das? Mein Gott. Da muss ich mal nichts vergessen. Wenn ihr nichts gegen Krackheit verziehen könnt. Ähm. Timmy redet die ganze Zeit von Wasser. 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 Wir haben nichts mehr, Leute. Wir haben nichts mehr. Wir brauchen Wasser. Ein lautes Krachen. Ein überraschter Schrei und Schutt. Achso. Schrei und Schutt. Äh. Von der Decke fielen. Wir brauchen einen guten Start in den Tag. Sherry Koff hat ein neues Spielzeug gefunden. Hm. Ein ungefährliches Kabel. Ha. Das hat er auf die Wand gezogen. Hm. Wer weiß, wozu das Kabel dient. Äh. Aber das Licht funktioniert noch. So wichtig kann es wohl nicht gewesen sein, oder? Oder? Sollen wir Kabel etwas flauschigen Freunden mal genauer anschauen? Ja, sollten wir. Wir sollten uns das Kabel mal anschauen. Denke ich mal. Tag 36. Uff da. Wir griffen nach dem Kabel und folgten dem rüstigen alten Laster. Äh. Der Einfahrt verstand. Wir öffneten die Tür und darin saßen zwei Männer mit großen Kopfhörern. Wow. Äh. Äh. Die extrem überrascht wirkten, als sie uns sahen. Hm. Sie halten. Äh. Sie halten, als wir schliefen, unserem Bunker verwandt. Und hörten alles mit, was wir sagten. Äh. Wir machten ihnen die Hölle heiß und marschierten zurück zu unserem Bunker. Äh. Äh. Da können wir schon mal, Tim, hier kein Lust mehr. Ja. Ja. Die Zwillinge haben uns besucht und gefragt, ob wir eine Karte unseres Orts im Bunker hätten. Ähm. Ihre Gruppe wächst jeden Tag und ihnen geht es... Äh. Ja. In einer Stunde ist neues Jahr, genau. Hm. Aber danke nochmal für den Hinweis. Danke, danke. Hm. Nicht einfach verpassen, ne? Äh. Gruppe nächsten Tage. Hm. Wäh. Die wollen unsere Karte haben. Äh. Ja. Komm. Geh mal den. Beziehungsweise haben wir uns was markiert. Wir waren froh, sie wieder zu sehen. Äh. Wir gaben ihnen unsere Karte und zeigten ihnen mehrere Orte, die vielversprechend seiden könnten. Sie brachen vor Anbruch noch ein Kalt auf. Sie wollten aber auf keinen Fall zurückkommen, um uns Neues zu berichten und ein bisschen zu plaudern. Hoffentlich sind sie ja direkt am Ort. Vielleicht können wir sie ja besuchen, wenn das Lager fertig ist. Okay, sie machen Lager. Das, das hustet. Okay. Dolores würde gerne etwas essen. Timmy ist noch ziemlich krank. Komm, ich gebe denen alle was zu essen, weil Wasser ist langsam nicht mehr. Heute wurden wir von Tropfgeräuschen geweckt und haben gemerkt, dass etwas aus dem Rohrn austritt. Die grüne Flüssigkeit wirkte ungefährlich. Aber wenn sie sich durch den Tisch, aber wenn sie sich durch den Tisch gefressen hat. Hey, auch wenn sie sich durch den Tisch gefressen hat. So. Und durch den Stuhl und den Boden. Wir sollten das Rohr mal reparieren. Ja, wir haben aber nichts. Schön. Ist Mary Jane wieder zurück? Tatsache. Was hat sie uns mitgebracht? Was hat sie... Wir konnten... Wir konnten den Fehler nicht finden. Also dachten wir... Heute fühlen wir uns aber etwas schwummerig, ja. Wir sind überglücklich. Vor unserer Expedition. Bitte, bitte. Eine Suppe, zwei Wasser. Oh Mann. Ja. Geschafft. Gut. Zumindest etwas. Die Axt verloren. Okay. Du kriegst erstmal beides. Wie sieht das aus hier mit euch? Warte. Ted hat großen Durst. Jane ist ziemlich hungrig. Wir haben hier... Ja. Wirklich müde. Timir kann ich noch mal mehr. Er ist genügsam. Aber er sollte etwas trinken. Komm. Wir geben alle etwas zu trinken. Jetzt haben wir ein bisschen Wasser wieder. Und bereiten die nächste Expedition vor. Das Militärübertragung. Nein. Wir haben immer noch kein Kartenspiel. Mann. Verdammt, wir haben unsere Chance verpasst. Ja, 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 ja. Kein Durst mehr. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Wir haben keine weniger Wünsche. Ja. Und Dolores würde wirklich gerne etwas essen. Mhm. Gut. Dolores kriegt hier eine Suppe. So. Wir schicken Ted raus, ne? Schicken Ted raus. Ja. Teddy. Rusta. Was geben wir dir mit? Unter Monika. Karte. Schloss. Radium. Gewehr. Wir geben dir das Gewehr hier mit. So. Tag 40. Last Man Standing. Gut. Wir sind jetzt ziemlich hungrig. Mhm. Wo ist, wo du gerne was essen? Nee. Na, Timmy ist ziemlich reing. Er ist sehr hungrig. Ja. Ihr kriegt jetzt alle was. Oh nein. Heute bewegen wir einigen Menschen, die aussahen, als hätten sie sich zu Halloween als Ärzte verkleidet. Sie betreiben angeblich eine Art Feldlazarett. Sie gehen von Ort zu Ort, versuchen denen zu hören. Die durch die Gefahren des Öklandes Fels und ihr Vorhäte wurden allerdings von einem Wesen gefressen. Okay, pass auf. Folgendes Problem. Wir haben... Wir brauchen das als Wasser. Die möchten gerne eine Wasserflasche für uns haben. Dafür würden die uns wahrscheinlich dann heilen komplett. Wir brauchen das Wasser, aber selbst. Wir brauchen das Wasser selbst. Wir brauchen das Wasser selbst. Sorry, Leute. Sonst gehen wir kaputt. Wir glauben ihnen nicht, dass sie Ärzte sind. Und trotzdem wimmelten wir sie ab. Trotzdem wimmelten wir sie ab. Sie doch Ärzte... Trotzdem wimmelten wir sie ab. Für den Fall, dass sie doch Ärzte sind. Okay. Nicht, dass wir uns Hausbesuch Rechnung stellen. Sehr durstig. Ich muss etwas trinken. Kein Hunger mehr. Das kann nicht lange so durstig bleiben. Ja, die müssen als alle was trinken. Das ist gerade das Riesenproblem. Die Agenten, die uns ausspioniert haben, stehen jetzt mit einer Erklärung an unserer Falltür. Sollen wir zuhören? Ja, wir hören zu. Würde ich sagen, oder? Wir hören zu. Ja. Schon. Tag 42. Sie wendelten kurz mit einem Ausweis vor unseren Gesichtern herum und sagten uns, dass sie auf geheime Regierungsmissionen seienden. Die Wanze sei nicht unsere wegen gewesen, sondern wegen des Katers. Er steht im Verdacht, ein sowjetischer Agent zu sein. Wie geil. Sie sind bereit, uns in ihren streng geheimen Regierungsbunker zu lassen, wenn wir ihnen bei ihrer streng geheimen Missionen helfen. Okay. Sie versichern uns, dass sie mit weiteren Details melden würden. Aha. Der Kader, ne? Der Kader. Ist ziemlich hungrig. Da kann sie aber noch einen Tag. Wir haben nichts... Dolores hat keinen Durst mehr. Wir haben nichts gegen... Wir haben hier nichts gegen Kräfte. Ja, okay, kein Durst mehr. Unser Radio gibt seit einigen Stunden keinen Ton mehr von sich. Wir brauchen unsere Nachrichten. Wir brauchen unsere Musik. Da sind wir uns alle einig. Und wenn es den Dienst verweigert, müssen wir daran herumdoktoren. Nein, wir sollten nicht, niemals an elektronischen Sachen herumdoktoren. Auf keinen Fall. Das Wort macht man nicht. Uh, 43. Oh, Dolores, Dolores. Die wird langsam zum Zombie. Die hat schon die typische Haltung genommen. Wir sind sicher, dass sie technische Probleme haben. Ja, es muss sein. Wird schon nicht... Wird schon alles gut werden. Essen. Es ist fraglich, ob Dolores bei Verstand ist. Okay. Timmy braucht eine zusätzliche Decke. Er zittert und entwegt. Okay. Kriegen alle was zu essen. Wir haben Mary Jane dabei erwischte, wie sie sich im Dunkel der Nacht heraus schleichen wollte. Dolores wurde fuchsteufelswild, als Mary Jane zugegeben hat, dass sie auf ein Date mit so einem Räuberjungen schleichen wollte. Sie hat ihn während der Expedition getroffen. Mary Jane hat gefragt, ob sie sich mit einer Notiz bei ihrem Date für die Abwesenheit entschuldigen kann. Sollten wir es ihr erlauben? Nein. Nein. Auf keinen Fall. Nein. 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 Machen wir nicht. Ein Räuberjunge. Jane bat und bellte um Dolores. Und Dolores kochte beinahe für gut. Was, wenn der Junge weiß, wo wir wohnen? Was für nächstes Mal seine Erwachsenen gefälligen Freunde mitbringt. Ja. Ist keine gute Idee gewesen. Das wäre bestimmt keine gute Idee gewesen. Vielleicht doch, aber bestimmt nicht. Können wir etwas Wasser übrigen? Das wird langsam knapp, Leute. Wir warten noch einen Tag. Vielleicht kommt Ted wieder. Darauf läuft es also hinaus. Untätig im Bunker sitzen. Langsam verhungern und auf einen nahenden Untergang warten. Wenn wir doch nur etwas tun könnten. Zum Beispiel in den Bunker unserer Nachbarin einbrechen. Wir wissen, dass das Schloss hinüber ist und haben gesehen, wie sie kurz vor der Katastrophe Vorräte besorgt hat. Sollen wir nachsehen? Ja. Sie und ihre Kinder haben es vermutlich nicht in Sicherheit geschafft, oder? Ja, wir gucken nach. Das sind Vorräte. Die brauchen wir. Wir haben kein Wasser. Wir haben kein Wasser. Vier Dosen. Nein. Oh, kein Wasser. Nein. Das kann doch nicht sein. Wir haben wieder mehr Vorräte. Ja. Ich kann ja etwas in Augen vertragen. Sie muss etwas trinken. Ja, und zwar schnell. Ja, manchmal haben wir. Was? Sie hat sich nicht verbessert. Okay. Wenn wir nichts gegen Krankheit von Timmy tun, können sie sich verschlimmern. Timmy braucht... Ah, die brauchen jetzt alle Wasser. Und wir können auch zwei Wasser geben. Dolores muss, weil Erwachsene muss am Leben sein. Ach, komm, Timmy. Timmy, du schaffst das. Ah, ich meine, Mary Jane. Du packst das schon ohne Wasser. Jetzt muss Ted wieder kommen. Ein verschwisterter Nachricht wurde in unserer Tür hinterlassen. Sie bestehen aus Symbolen und Zahlen. Eine Art Geheimschrift, die wir zum Lesen eines Briefs knacken müssen. Dolores scheint für die Herausforderung bereit zu sein. Es ist jedoch schwer zu sagen, wie lange es dauern wird. Und die Mühe... Ja, komm, machen wir. Hat hier was zu tun. Na, würde ich sagen. Tag 46. Die ist fertig, die Frau. Dolores setzte sich sofort hin und begann mit der Arbeit im Code. Sie wird sehr konzentriert. Hoffentlich ist die Nachricht... Äh, hoffentlich ist es die Nachricht wert. Sie... Als die Nacht daraus sieht... ...weird sehr müde aus. Wir müssen hier etwas zu trinken suchen. Und zwar schnell. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Äh... Der ist immer noch ziemlich krank. Der Geisteszustand ist ein bisschen denklich. So was erkennt. Du hast es mehr. Damals ist es wirklich nur ja. Timi braucht sich hier Decke. Aber Timi erkennt, du hast mehr. Jetzt kriege ich alle was zu essen. Wir haben ja eh wieder genug. Okay. Nächster Händler oder so, ne? Und, äh... Wir können unser Schloss tauschen. Gegen Dame spielen. Ja, komm, machen wir mal. Oh, Jane ist weg. Da ist eine rote Hand. Oh mein Gott. Das ist ein Handabdruck. Oh nein, und Ted ist auch weg. Die Mädels waren sehr nett und machten einen fairen Preis. Äh, okay. Ted ist bereits viel zu lange draußen. Und noch immer nicht zurückgekehrt. Wir fürchten, dass er nicht wieder zurückkommt. Wir konnten nicht... So, ne? Als Mary Jane, äh... herausfand, dass... sie kein Wasser bekommen wird, wurde sie wütend. Sie stürmt, äh, aus irgendwas hinaus und, äh... Und schreit... Dass wir es bereuen... Und schrie, dass wir es bereuen würden. Okay. Sie kämen schon irgendwann an Wasser. Wir haben gerade wirklich Angst. Oh, scheiße. Okay. Jetzt haben wir ein Riesenproblem. Ähm... Alle was zu essen? Wir können nur noch Timmy schicken. Wir müssen Timmy schicken. Woher kommt, äh... dieses Tropfen? Und warum ist die Wand so nass? Äh, läuft der Bunker voll? Wir haben ja schon... Äh... Äh? Wir müssen etwas tun. Er rettet unsere Vorräte. Mit dem Radio kommen. Vielleicht brauchen wir die Karte noch. 48... Ah, jetzt wird's echt knifflig. Das Radio wurde zuerst gerettet, bevor... Da gingen wir... Äh, da... Wir können Timmy nicht rausschicken. Weil Dolores hat sowieso schon keinen Geistenzustand mehr. Und ich weiß, dass wenn die alleine da ist, dass sie ja auf einmal abhaut. Und dann ist der Bunker leer. Wir haben die Karte verloren. Wir haben die Karte verloren, Mann. Nein. Es ist immer die Vögelwünsche. Du hast wohl Zeit, um sich auszuholen. Es muss doch etwas Wasser übrig sein. Ja, jetzt wird's... Jetzt wird's knifflig. Wir schicken keinen raus. Wir schicken keinen raus. Wir müssen jetzt hoffen, dass irgendwas passiert. Dolores ist nochmal ziemlich krank. Ja, auch im Wasser sofort. Die Agenten riefen mit einer Hightech-Ausrüstung. Aha. Papier... Riefen etwas mit ihrer Hightech-Ausrüstung. Papier, in welcher die an der Schnur festgebunden waren. Ah, schön. An, um uns über die nächste Geheimmission zu informieren. Nachdem es erledigt ist, kommen wir in den VIP-Bunker. Sie möchten, dass wir eine erfolgreiche Expedition durchführen. Und aufschreiben, was wir dabei sehen. Das ist doch ganz einfach, oder? Ja, Timmy? Marit. Dolores allein hoch da. Oh mein Gott. Wir klärten uns geringerweise bereit. Ja. Können nichts mehr machen. Errungenschaft, Sackgasse. Oh, wow. Okay. Dolores ist hin. Und wir stehen immer noch. Oh, wir haben mit Timmy alleine. Okay. Ich dachte, deine Wachse haben sie zu überleben. So auf dem Stand war ich noch. Ja, Dolores. Die wird keinen Durst mehr haben. Oh. Werden wir... Minus ein Dingen. Schade. Ja. Wir können aber nichts mehr machen. Ach, das war's. Ach, das ist Ende. Alles klar. Das war's. Gut, wir brauchen ja der Wachse. Ja, 53 Tage, ne? Oh, 51. Dolores ist verdurstet. Oh. Okay. Okay. So, wie komme ich jetzt zurück? Ja, zurück ins Hauptmäh. Gut. Das war mal, äh, eine etwas längere Runde. Ich weiß nicht. Äh, ich würde jetzt mal sagen, ich bin mal, wir machen mal zehn Minuten zur Pause. Und, äh, mal kurz hier. Oh, guck mal da, der Panzer. Schön. Ähm. Machen wir dann so zehn Minuten Pause. Und, ihr könnt mal einen Chat schreiben. Äh, ob ihr noch eine Runde spielen wollt. Oder, ähm, etwas anderes. Ich habe nämlich noch, glaube ich, eine Sache im Angebot. So. Äh, mal gucken. Äh, genau. Und Deep the Game. Das ist so ein kleines, äh, ja, Pixel Jump'n' One. Das habe ich jetzt noch im Angebot für heute. Ob wir das jetzt spielen, oder gleich spielen, so in zehn Minuten circa, oder ob wir noch eine Runde 60 Seconds, äh, wagen sollen. Das überlasse ich einmal komplett euch. Ansonsten, äh, ich bin mal eben, ja, circa zehn Minuten bin ich wieder, äh, circa zehn Minuten bin ich wieder da. Pipi Pause und sowas, und, äh, dann hören wir uns gleich wieder. Gut. Ähm. Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. So, Shatter hat entschieden, dass ich entscheiden soll. Gut, das heißt, wir starten direkt das nächste Spiel. Halbstündchen auf jeden Fall. In der Halbstunde machen wir sowieso erstmal Pause wieder und zwar Happy New Year. Aber bis dahin ist noch was. In der Zwischenzeit starten wir ein anderes Spielchen. Wenn es sich öffnet, wäre es sehr schön. Da ist es doch. Fertig. Wunderbar. Willkommen zurück, Fuey. So. Oh mein Gott, kann ich das hier nicht in ein Fenster wo es spielen? Nein, kann ich nicht. Musikmäßig ist jetzt gerade auch nichts drin. Will ich sie holen. Da ist mein Wasser. Audio on. Okay. Obwohl, ich möchte gerne windowed. Danke. Das war auch nicht optimal. Und zwar werden wir jetzt. Ich muss mir mal eben hier kurz ein Ding ins stellen. Ein Wecker. Weil ich das leider im Fullscreen spielen muss. Weil das ansonsten nicht toll ist. Find ich gut. So. So. Wir spielen nämlich jetzt noch. Äh. Bitte. So. Option. Hm. Fullscreen. Bitte. Danke. Ist das jetzt gut? Fragezeichen. Moment. Äh. Ist nicht gut. Weil man nichts sieht. Ach bitte funktionier doch. Bitte mal. Das ist anders. Machen wir halt hier rüber. Geht's? Äh. Ja. Hallo. Was ist das jetzt? Moment. Das ist aber nicht original hier. Ist das jetzt für ein Quatsch? Ach, ich weiß. Das ist das hier. So. Jetzt haben wir es. War jetzt noch kein Ton da. Ton wird wahrscheinlich gleich erst kommen. So. Schön. So, wir spielen... Was? Handy? Wer ruft mich denn jetzt an? Ja, hi. Ja, ist okay. Ich bin aber gerade im Stream. Ja. Ist gerade ein bisschen schlecht. Jo. Ciao. Ach, Mann. Ja, das sind die Leute, die, äh, nicht zuhören können. So, ähm... Gut. So, ähm... Wir spielen Deep, äh, The Game. Ich hab das mal kurz angezockt. Aber halt nicht weitergemacht. Nur mal um zu gucken. Es ist ganz interessant. Hm. Zur Zeit aber jetzt gerade kein Ton. Hm. Ich bin sorry. Chapter one. Wieso haben wir keinen Ton? Hm. Willkommen to the deep. Hm. Wieso gibt es denn hier keinen Ton, Leute? Audio on. Mach mal auf, vielleicht... Nee. Ach, Gott. Ja, 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 ja. Jetzt hat man gerade schon. Wieso haben wir denn keinen Ton? Wir haben keinen Ton. Wir haben keinen Ton. Oh, auf jeden Fall, äh... sehr pixelig. Seht ihr ja schon hier. Das müssen wir irgendwie hier tun. Wir können hier mit X können wir Bogen schießen. Mit Z können wir... Dinge tun. Und wir können Walldrums. Und ich möchte gern Ton haben. Das ist ja unglaublich. Äh, Sysboxen. Hitting Coins. Hitt. Oder a trap. Okay. Wie können wir das... Okay. Ja, Ton ist, äh, los. Schade. Was ist das für eine Steuerung hier? Okay. Wieso haben wir keine... Echt keine Musik. Das ist... Das ist traurig, Leute. Ja. Das ist wirklich traurig. Auf jeden Fall müssen wir hier ein, äh, Ding nach dem anderen schaffen. Steuerung ist recht präzise und sehr schnell. Was das Spiel so ein bisschen schwieriger macht. Aber so ein Nullton zu haben, das irritiert mich gerade ungemein. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich hatte es mal angezuckt. Und ich meine, da wäre Ton dran gewesen. Und, äh... Oh, toll. Ja. Ach, ich kann dir nicht schaden. Okay. Aber wie doof ist das denn jetzt mit dem Ton? Das... Wurde mich jetzt gerade ungemein. Ja, Spiel ist an sich ist nett, aber mir fehlt gerade ungemein der Ton. Ach, komm. Ich weiß nicht. Okay. Nein, ja. Ah, jetzt kann doch nicht jemand in die Stacheln, so, toll, ne, und ich hab mir gedacht, ach ja, genau, ich hab mir einfach gedacht, heute machst du einfach mal nix mit Pokémon und so, weil das ist eigentlich, das Auslösungsschild für meinen Channel ist, aber naja, ach komm ey, was mach ich denn da, ach so, okay, hoch, easy, so, zack, easy, da ist er, gerade zu müssen im Level, da hab ich nicht alle Münzen eingesammelt, weil nein, ach komm, muss ich da nicht, neu, schön, 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 weiter, 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 hoch, 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 nein, 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 gut, nochmal neu, ist ja nur Level neu, ne, was wird denn, null Ton ist, ach, ich bin da da halt nicht auf, vor allem, weil man hier die Option hat, den Ton auszustellen, ne, ach, ne, ach, 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 ich mache das, Genau. Ja, 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 ja. Ruhig jetzt. Ruhige Hand. Das ist alles gar kein Thema hier. Ja. Ich hätte ja auch gerne mit ein paar Kollegen hier Armung Ass und sowas gespielt, aber da ja Silvester ist und sehr viele etwas zu tun haben, ist das leider nicht dazu gekommen. Und ich mag es nicht, dass es hier keinen Ton gibt. Und das irritiert mich ungemein. Mann. Das macht mich fertig. Nein, 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 nein. Ich könnte zwar auch Musik anmachen oder so, aber... Da hätte YouTube was dagegen. Ich konnte das in diesem Stream dann niemals... ...nochmal schneiden und so und Parts draus machen. Aus diesen Streamen hier. YouTube sagen, nee, so geht das aber nicht. Fledermäusefeuer. Oh mein Gott, was ist jetzt hier los? Das hat mich gerade ein bisschen alles überfordert. Alles einfach. In dieser Situation. Ja, genau. Ja, genau. Leute, das ist doch nicht wahr. Der springt nicht, Mann. Er springt da einfach nicht. Kein Schocks. Der springt da nicht hier oben. Tastteil. So, jetzt aber. Konzentration. Da kam gleich eine Feder raus. Die tut mir aua. Kommt noch eine Feder raus. Und die tötet mich. Gut. Das mit dem Nicht-Ton gefällt mir gerade null. Ich habe noch eine andere Idee, was wir machen können. Wir schließen das Spiel hier, weil das mit dem... Kein Ton ist abartig. Ich habe noch eine andere Idee, was wir machen können. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Wenn ja, cool. Wenn nicht, uncool. Muss ich mir jetzt überlegen. Und es hat Ton, wie ich das schon so höre. Das ist doch schon mal von Vorteil. Da ist es. Und zwar spielen wir Bloody Trapland 2. Und ich hoffe, dass ich das in Fenstermodus spielen kann. Ja, super. Kann ich hier nicht auch den Chat lesen. Und ich habe noch mal den Chat. Ja. Okay. Schuh draus. Okay. Möchte ich aber jetzt doch irgendwie verschieben können. Kann ich nicht noch irgendwo hinziehen. Das wäre super. Das wäre bombastisch. I-Musik. Wieso kann ich dich nicht verschieben? Ich kriege da die Krise bei. Naja. Okay. Wir spielen Bloody Trap Land 2. Ein Spiel, was ich mal mit einem Kollegen angefangen habe. Aber was wir irgendwie nicht weitergemacht haben. Weil es gelaggt hatte. Und jetzt habe ich ja eine neue Grafikkarte drin. Und dann denke ich mir auch so. Ja. Könnte man mal machen. Und ich hoffe es funktioniert gut. Deswegen starten wir jetzt einfach. Ihr seht schon. Wir haben das schon ein bisschen gespielt. Wir werden aber von Anfang an spielen. Und ich hoffe es ist flüssig. Ich kann es gut spielen. Ja. Ihr seht schon. Wir müssen das Ziel erreichen. Und. Er ist ja nicht gesprungen. Mann. So. Hier ist natürlich Fallen ohne Ende. Ist denn das flüssig soweit? Müssen wir hinschauen. Ist okay. Irgendwie verbraucht das mehr Leistung als eigentlich sollte. Spielen. So. Das war Level 1. Machen wir direkt weiter. Aber. Jetzt wird es Musik. Und Ton und sowas. Gut. Wir können Wall Drums. Ah toll. Piranhas. Okay. Wir haben natürlich die Möglichkeit. Jedes Level mit einer Münze abzuschließen. Machen wir das. Nein. 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 Ich könnte das Level hier jetzt wie gesagt abschließen. Nein. Ich lasse die Münze sein. Ist mir egal. Oh mein Gott. Nein. Smalljumps sind nämlich das hier in dem Spiel, was mir jetzt das Genick bricht einfach. Die sind nämlich richtig schwammig. Aber okay, da erleben wir ein paar Fails. Wir haben fünf vor, habe ich gerade gesehen. Könnte auch sein, dass ich gleich auch ein paar Anrufe bekomme. Aber das ist ja ganz normal, das ist ja Silvester. Okay, da kommen Spikes raus. Zack. Okay. Was ist das da unten für ein Freund? Hallo? Wer warst du? Natürlich kann man das hier auch im Koop spielen. Und ja. Und da kann man sich auch ganz schön ein Bein stellen hier einfach. Gegenseitig. Was für den ein oder anderen Lacher sorgt. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Wir müssen hier runter, ne? Oh mein Gott. Ich sehe einen Walljump des Todes. Das ganz rein? Nein. Oh mein Gott. Das wird nicht gut gehen. Haben wir einen Doppeljump? Das ist so ein Spiel. Das ist so ein Spiel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, genau. Ja, ja. chưa. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jo, alles klar, jetzt machen wir mal kurz die Pause, ich hoffe alle haben was zu trinken Denn jetzt die Gleichung feiern wir erstmal in das kommende, das neue Jahr rein und heißen es herzlich willkommen Es ist, es kann nicht schlimmer werden als jetzt 2020 Nein, nein, Fui, Fui, positiv denken Ja, ja, wir haben noch eine Minute, oder? Oh, läuft meine Uhr falsch Und denkt daran, im Stream ist es ein bisschen verzögert Kamera, Fui Alles klar, dann läuft meine Uhr ein bisschen falsch Dann euch auch frohes neues Jahr und feiert schön rein Auf ein schöneres 2021 auf jeden Fall Oh mein Gott Dass es auf jeden Fall jetzt besser wird als das letzte Es kann gar nicht schlimmer werden Lass das mal richtig krachen jetzt nochmal Und zumindest so weit, wie es erlaubt ist Und ansonsten Hoffen wir einfach mal, dass es Ja, dass es einfach wieder erträglich wird Besser wird, dass wir Corona überstehen und alles wieder mal ins Lot kommt Wäre super Das erwarte ich eigentlich vom Jahr 2021 Und bei uns knallen sie hier Alles klar Genau, Prösterchen Lasst es euch schmecken Bei mir gibt es heute keinen Sekt Bei mir gibt es heute Meht Meht Ja, ja, bei mir knallt es auch hier, Karin Keine Sorge Nicht nur bei dir Ja, was kommt jetzt im kommenden Jahr Jetzt eigentlich noch hier auf dem Kanal Das ist eine gute Frage Boah, also die da knallen Es wird Reborn wird definitiv weitergehen Denn ich habe schon gehört Es soll der nächste Letzte Part von Reborn Pokémon Reborn Soll veröffentlicht werden Oder es ist zumindest Jetzt in Arbeit Verstärkt Dass es halt so schnell in den Punkt kommt Und ich werde Reborn Dann wieder in Angriff nehmen Wenn Der Part draußen ist Moment Ja, hi Ja, Fuß neu Jetzt euch auch Wie bitte? Ja, ein paar Spiele Alles klar Ja, euch auch Und bleibt gesund Okay, wir hören uns Auf jeden Fall Ja Ja Hoffentlich klappt das Ja, frohes Neues Alles klar Jo Jo Okay So Ja Ist klar Dass jetzt zwei Anrufe kommen Natürlich wünsche ich auch Nicht nur euch Der Community Frohes Neues Und auch meine Familie Etc Die hier auch Vielleicht mal zuschauen Mal den Stream Sehen Keine Ahnung Muss man mal gucken Ähm Äh Die ich kenne So Ähm Genau Pokémon Reborn Kommt nächstes Jahr Oh, halt dieses Jahr Jetzt Entschuldigung Dieses Jahr Kommt Pokémon Reborn Soll als letzten Chapter kommen Und erst dann Nehme ich das wieder in Angriff Dass es kommt Wieso höre ich mich doppelt So, ich wollte an der Stelle Jetzt auch mal hier Frohes Neues wünschen Hi Ach, hey Äh Ach, hey Das ist der Fuey Ja, hi, moin Ja, frohes Neues Auch dir, ne Jo Ich wollte schon sagen Ich hab mir gedacht Hey Ich hab schon gesagt So, hey Äh Ich kann eigentlich Auch mal hier kurz reinsteigen Dir frohes Neues wünschen Eigentlich schon mal Einfach mal so Ja Eigentlich schon Dann Ja Noch Viel Spaß beim Stream Ich werde noch weiter zuschauen Aber ich verschwinde hier raus Wieder aus dem Aus dem Beuys Okay Und Lasit krachen Das sowieso Und ebenso Also bleib gesund auch, ne Ja, das auf jeden Fall Wünsche ich dir auch Also ja, danke Gesundheit Gesundes Jahr 2021 Ist denke ich das Was wir uns alle wünschen Und Auf jeden Fall Das wünsche ich auch Allen Zuschauern da draußen Und damit dann Ciao Bella Und wir sehen uns im Chat Alles klar Jo, danke für das Vorbeischneiden So Eine Menge Arbeit Eine Menge Arbeit hinter Deswegen wäre Support Wäre echt Nice Von euch Ne Ähm Ja Dementsprechend Was wird noch kommen Es werden noch ein paar Spiele So kommen Ähm Außerhalb von Pokémon Vielleicht einige Nintendo Spiele Wie ja was Zelda angeht Oder Metroid Ähm Vielleicht auch Habe ich Bock Langsamer zu Zu der Batman Arkham Reihe Könnte ich vielleicht auch noch was Äh Bringen Aber müssen wir mal gucken Wie sich das jetzt weiterentwickelt Erstmal Ja sorry Ja Regu ist nun mal ein Fanmate Kein Hack Ähm Erstmal wird Regu weitergeführt Ähm Jeden Samstag Unterwegs in Düsterburg Weiter gestreamt Ähm Wenn Samstag nicht erscheint Wird Sonntag Nachmittag auf jeden Fall kommen Ähm Ja und Reborn wird halt weitergeführt Wenn das neue Chapter Mit draußen ist Dann wäre ich das mit einem Rutsch Alles erledigen Und ja Das ist erstmal so der Plan Ansonsten Müssten wir mal gucken Ne Was nochmal so was zu machen Ne Ich hoffe ihr habt auf jeden Fall Spaß in dem Backen Und ähm Ich freue mich drauf Dass ihr euch schaut Ich freue mich ungemein Alle richtig da Kinderlandu Eieieiei Ich würde sagen Wir zocken einfach mal weiter So ein bisschen Zwischenzeit So Kreissäge Kreissäge Ja Easy Wie ich die Coin habe Ich will die Coin Komm die Coin sieht easy aus Wie nehme ich die Coin auf Da ist sie Wie nehme ich die Coin auf Ach ich muss die Schalter betätigen Ich sehe da ein Schalter Und darauf habe ich So gar keine Lust Und da kommt der nächste Anruf Hi Frohes Neues Ich bin zu Hause Ich bin am Stream Genau Hab mir gedacht Ich feiere mit meiner Coyote Hier rein Hm Genau Genau Ja Sehr gut Tschö Ok Feiert Tschö Tschö So Entschuldigung Das war meine Mutter Da musste man kurz Dragen gehen So Komm ich da hin Nein Wie komme ich da hin Da kommt so hin Ah ok 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 Und da Ich darf hier nicht frusten Ah Ah Teesow Ruft dich Teesow Um 10 nach 12 Silvester Teesow Ist das sein Ernst Fui Ich muss da hinten auf den Schalter kommen Ah Mann Du bist ein kleiner Suchti Fui Ich hab schon mal gesagt Was ist eigentlich da hinten Was ist eigentlich da hinten Bis auf die Münze Da ist doch noch irgendwas Ja ein Speer Ach das ist der Ausgang Ach so Oh Oh Das elim Gott ist 말씀이 Okay, okay, okay. Natürlich spreche ich das offensichtliche aus, Fury. Natürlich tue ich das. So, Level 5. Alter, sind die hier am Ballern. Wer ist Ellen da oben? Oh mein Gott. Ja. Ja. Hallo? Mach doch bloß die gesprung, du. Ah, Mann. Okay, jetzt wird es sportlich Och du Scheiße Die Kreissäge Hm, wie mache ich das? Großen Sprung Nee, 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 nee Oder? Wie springt der? Wie weit springt der? Oh, dieser Stachel da, der Der Stachel, der Stachel, der So Wie geht es jetzt hier weiter? Okay, verstehe Verstanden, aber schlecht umgesetzt So Da kann ich nicht Ach, guck mal Ich kann hier Ich verstehe Was macht das? Was macht das? Ah, okay Och, komm Da sind Spikes Habe ich gesehen Die Spikes habe ich nicht gesehen Ach, komm Zweite Mal hitter Multiplayer spielen können Jetzt komme ich hier nicht durch. Ich wusste nicht, nein, dazwischen, nein, 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 nein. Oder? Oder? Wer schreibt ein Erzchen? Oh. Euch auch ein frohes Neues. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Kann der im geduckten... Der kann sich nicht fortbewegen im geduckten Zustand. Oder konnte er einen Dash oder so? Das ist meine Option. Oh. Was war das? Hat er es mal geruckelt hier? Ja. YouTube geht wieder ab. Yay. Ach, ich wollte gucken. Steuerung. Hat man hier irgendwas? Oh Mann. Die ganzen Idioten. Kann man dazwischen durch? Nee. Never. Niemals. Ja. Der Stream hängt ein bisschen, ne? Glaub ich. Ja. Der Stream hängt. YouTube will mir heute echt nix gönnen. Nix. Nicht genug Videodaten. Woher geht's jetzt? Naja, mein Geknalle hört man ja, weil die total bescheuert sind die Leute. Das ist... Bei dir ist es flüssig? Bei mir nicht. Aber okay. Wenn bei dir flüssig ist, dann ist es wahrscheinlich bei den anderen auch flüssig. Oder? Ja klar. Wie komm ich jetzt da durch? Der Pfeil sagt ja auch an hier durch, ne? Kann der irgendeinen Move oder so? Oh. Der kann einen Move. Wow. Mit Alt. Lol. Ah. Die Faust. Dir auch ein frohes neues, Willi. Es hackelt sehr, ne? Also bei mir hackelt's. Schreibt mal, ob's auch bei euch hackelt. Weil YouTube sagt hier gerade hier so Stream-Status schlecht, weil wir total überlastet sind. Wahrscheinlich. Hackelt leider sehr, ne? Bei dir flüssig? Bei dir flüssig? Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? So. Die Faust. Das ruckelt unglaublich. Das ruckelt unglaublich. Aber ich weiß auch nicht, ob's sich jetzt noch ein weiterer Stream lohnen würde. Deswegen. Deswegen. Deswegen würde ich jetzt... Deswegen würde ich sagen, beenden wir hier den Stream einfach. Ich hoffe trotzdem, trotz der kleinen, dollen Fehlerchen, die hier einfach wieder während des Streams gelaufen sind. Was mich wieder schwarz ärgert. Mich persönlich. Hat euch der Abend trotzdem gefallen und... Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst halt wieder mit dabei seid. Mit den Videos. Wie gesagt, am... Heute ist es... Freitag. Am Samstag kommt erstmal wieder ein nächster Stream mit... Unterwegs in Düsterburg. Der nächste Part. Freue ich mich riesig drauf. Habe ich richtig Bock zu. Und dann... Ab kommender Woche wieder... Also ab Montag wieder... Vielleicht sogar schon Sonntag. Muss ich mal gucken. Sonntag oder Montag wieder Rechu Parts. Durchgehend. Weil morgen ist erstmal Pause. Morgen ist Pausetag. Dann kommt erstmal Rejuvenation. Genau. Alles klar. An sich werde ich noch was on sein. Auf meinem Discord Channel. Und Voice werde ich garantiert noch da sein. Da können wir noch ein bisschen labern. Etc. Wer den Channel noch nicht kennt. Moment. Ich schicke mal einen Link... In den Chat. Für die Leute. Knallt mal nicht so. Unfasslich. So. Einladungs-Link. Und zwar... Haben wir hier einen Discord Link. Habe ich gerade reingeschickt. Und... Ich werde da noch im Voice was sein. Wir konnten gerne noch was labbeln. Irgendwas zuckeln, wenn ihr Bock habt zusammen. Und... Ich würde an dieser Stelle den Stream beenden. Ähm... Vielen Dank. Fürs Einschalten. Dass ihr da wart. Ähm... Zugesehen habt. Ich hoffe ihr hattet viel zu lachen. Ansonsten... Wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Feiert schön rein. Und bleibt vor allen Dingen gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Aurinchen. Ciao.